Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 463. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gude und Grüße, meine lieben Freunde. Lange nicht gehört. Ja, die Frau Patrizia. Hallo. Und der Dennis, formerly known as Duke. Ja, servus, hallo. Formerly known, das habe ich verpasst. Du hast doch beim letzten Mal oder beim vorvorletzten Mal gesagt, wir sollen ihn nicht immer nur Duke nennen. Okay, das habt ihr herzlich, sehr gut. So, jetzt im Jahreswechsel hat sich das noch geändert. Genau. So ist es. Ich versuche ja alles, was ihr mir so als Anregung hier reingebt, zu berücksichtigen, wenn es irgendwie geht. Und wenn es nicht geht, dann nicht. So ist es halt. Was wir auch immer wieder versuchen zu berücksichtigen, ist Danke zu sagen für die viele Unterstützung, die wir bekommen. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn der ein oder andere Neuunterstützer oder die Neuunterstützerin dazukommen würde. Und das haben sich Oliver, Roberto und Thomas zu Herzen genommen und haben uns kleine Geldbeträge über den Zaun geworfen. Und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. Und erwähnen sie deswegen. Und wenn ihr da draußen uns noch nicht unterstützt, aber vielleicht darüber nachdenken wollt, dann schaut ihr doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr nicht nur alle Sendungen und die Links zur Sendung, sondern auch einen Hinweis, wie ihr uns auf die verschiedensten Arten und Weisen unterstützen könnt. So, und jetzt müssen wir mal über Fußball reden, beziehungsweise über den vergangenen Spieltag. Und was im Vorfeld dieses Spieltages dem ein oder anderen Eintracht-Fan oder auch verantwortlichen Kopfschmerzen bereitet hat, war in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht Maria Krohn, sondern Omikrohn. Da denke ich schon den ganzen Tag drüber nach, über den Witz. Als nämlich dann am Freitag die Bestätigung kam, dass Kostic und Trapp ausfallen für das Spiel gegen Augsburg. Lieber Basti, was ging dir denn da so spontan durch den Kopf? Ja, das war zwiespältig. Das war einerseits so von wegen, hm, keine Überraschung, dass es jetzt auch mal die Eintracht erwischt, weil man hat es ja bei anderen Bundesliga-Vereinen mitgekriegt, dass es noch heftiger sein kann. Und dann zu denken, ja, wenn schon, dann vielleicht gegen Augsburg, bevor es irgendwie dann in unfassbar wichtigen Spielen ist. Gleichzeitig habe ich aber dann auch schon gedacht, ja, viel Alternativen zumindest für Kostic haben wir nicht. Und hatte dann schon ein bisschen Angst und habe mich dann natürlich irgendwann bestätigt gesehen. Wann genau? Als ich die Aufstellung gesehen habe. Also noch vor Anpfiff. Ja, ich habe mir dann schon gedacht, ui, fünf Verteidiger gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch nicht viel mitspielen wird, könnte dazu führen, dass es ein sehr biederes, hektisches Spiel wird. Ja. Das ist ja dann zumindest in Teilen, ich will jetzt gar nicht so schlecht reden, wie es jetzt vielleicht anhört, aber dann auch eingetreten. Das ist halt wirklich, halten wir fest, ein Unterschied. Ob da Chandler, das ist gar kein Vorwurf an ihn, das ist nicht seine Position, oder Kostic auf der linken Seite spielt, hat man dann halt in der kompletten Spielstatik gemerkt. Ja, Patricia Dennis, was waren so eure Gedanken Freitag, als es hieß, dass ausgerechnet Trapp und Kostic ausfallen? Gerne Ladies first. Ja, schon nicht so geil, ne? Also vor allem, wenn du bedenkst, dass Trapp ja extrem stabil war und man als zweiten Torhüter zu dem Combeer wahrscheinlich auch nochmal einen Debutanten dann hat und man auf der linken Seite Kostic überhaupt nicht ersetzen kann. Also so oder so schon schwierig, aber dass dann ein Hauge und ja, das war sie eigentlich schon fast als einigermaßen offensiver Ersatz, der da noch mithalten hätte können. Ja, dass der auch ausfällt. Du hast keinen links verteilt, also du hast Lenz auch nicht irgendwie. Das hatten mich schon so ein bisschen runtergezogen, aber ich war da ähnlich wie Basti eingestellt, so ein bisschen immerhin ist es gegen Augsburg, vielleicht kriegt man es ja trotzdem noch so hin. Und man hat ja auch noch Kamada, Bore, Lindström, so ein Dreieck in der Mitte vorne in der Offensive, sodass man ja nicht komplett drauf angewiesen ist, dass Kostic was alleine macht. Deswegen ja auch so ein bisschen Zwiegespalten. Natürlich freut man sich nicht so komplett, aber ich habe noch einigermaßen optimistisch in das Spiel reingeguckt, also vor dem Spiel. Also ich muss sagen, das wundert mich, dass ihr sagt, gegen Augsburg kann man, gut, das ist normalerweise schon so, dass man es besser kompensieren kann. Ich habe mich aber gerade eigentlich geärgert, weil wir ja auch in der Hinrunde schon zu wenig Punkte da in diesen ersten Spielen geholt haben. Ich habe dann gedacht, jetzt hast du wieder diese Lulli-Gegner und hast wieder im Endeffekt ein Problem, dass Trab fehlt, der Patrizio genau richtig eine Riesenrunde gespielt hat bis jetzt, eine gute Qualität gezeigt hat, ein sicherer Rückhalt war. Und dann auf der linken Seite der Motor Kostic, also da ging es mir schon so ein bisschen Muffesausen, weil ich gerade gedacht habe, verdammt, gegen Augsburg brauchst du eigentlich eventuell diese Impulse von der Seite nochmal, um da eine sichere Nummer draus zu machen. Denn für mich, nachdem wir so unglücklich da die Geschichte in Dortmund hatten, habe ich gedacht, naja, Augsburg, da musst du jetzt dreifach punkten, was natürlich dann nach den Meldungen definitiv deutlich schwieriger war. Was mir dann auch im Verlauf des Spiels, ja, ihr habt schon recht, teilweise schon kompensieren konnte. Ich glaube aber, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ein Kostic unten, Trab hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle dem Spiel gar nicht schlecht getan. Oder René, wie siehst du das? Ja, also ich glaube, Trab zu kompensieren, an dem in dem Fall gegen Augsburg auf jeden Fall eine einfachere Nummer, als jetzt gegen eine Mannschaft wie Dortmund, Bayern, Leverkusen. Kostic fand ich an der Stelle schon einen Ticken bitterer, weil du natürlich damit einen Spieler verlierst, der halt einfach Gegenspieler bindet und damit Platz in der Mitte für die anderen Offensiven schafft. Weil ich jetzt Augsburg auch eher so als Mannschaft, und das haben sie ja gerade auch in der zweiten Halbzeit gezeigt, dann eine Mannschaft ist, die sich sehr hinten einigelt, eigentlich mehr drauf bedacht ist, das Spiel des Gegners runterzuziehen, was ihnen ja leider gegen uns auch an der einen oder anderen Stelle gelungen ist. Und da wäre halt jemanden, der da Auftrieb bringt, schon wichtiger gewesen, zumal, wie Patrizia richtig gesagt hat, halt die Alternativen auch begrenzt waren, dadurch, dass Hauge ja immer noch mit der Muskelverletzung da unterwegs ist. Lenz, glaube ich, ja auch immer noch mit seiner Wartenverletzung da irgendwie zu kämpfen hat. Und dann hast du halt auf den Außenbahnen momentan, zumindest was offensiv angeht, null Alternativen. Zumindest für die Spielweise wie bisher. Ja, stimmt schon. Wobei, ich fand tatsächlich, es lag gar nicht so krass daran, dass man keinen Platz hatte, weil Augsburg hat einen da schon gut eingeladen. Es war letztendlich dann auch wieder ein bisschen die Chancenverwertung. Also, man hätte da ja höher in Führung gehen können und man hätte daraus auch noch mehr machen können, hat aber in dem Fall an dem Tag aus diversen Gründen wahrscheinlich nicht geklappt, was schade ist. Aber ich finde nicht, dass es irgendwie daran gescheitert ist, dass man sich nichts erarbeiten konnte, weil das hat, finde ich, ganz gut funktioniert, auch wenn man den Umstand betrachtet, dass man halt eben auf der linken Seite keinen Kostic hat, wo man mal sagt, okay, du kannst ein bisschen variabler spielen. Du kannst entweder durch die Mitte gehen oder über Kostic kommen. Das war jetzt halt so, dass du sowohl rechts eine Schwachstelle hast, als auch links in der Offensive. Also, das war dann schon, dafür, fand ich, war das eigentlich ganz gut kompensiert, aber hat dann im Torabschluss nicht geklappt. Ja, das ist es ja, aber ich meine, es hat ja gezeigt, dass es trotzdem möglich sein sollte, dass du auch ohne Kostic dort gewinnst. Das war ja, wie Patrizia es gesagt hat, möglich. Es war ja jetzt kein Spiel, wo du gedacht hast, oh Gott, wir müssten jetzt eigentlich einen Ball nach links spielen, der muss dann irgendwie einfach einen überlaufen, um dann in die Mitte zu flanken. Das war ja nicht so. Ich meine, die Leute, die da waren, haben ja teilweise tatsächlich sehr große Chancen gehabt und vielleicht sogar ausreichend Chancen, um in Augsburg zu gewinnen, wo du halt auch naturgemäß nicht so viele kriegst, weil das quasi das erste Ziel ist von Augsburg, dass du nicht viele Chancen hast. Und die sind ja wirklich auch immer mit der Sohle drauf. Ich glaube, Hasebe, der hat mit Sicherheit den einen oder anderen blauen Fleck davon getragen. Mindestens, ja. Das ist ja die Spielweise, gerade von Augsburg und gerade dadurch, dass Weinziel auch wieder da ist. Also, das ist quasi diese Kombination. So haben die sich ja in der Bundesliga vorgestellt. Das ist jetzt auch nichts, was ich kritisieren will, sondern im Gegenteil, das sind halt die Mittel, die sie anwenden, die sind ja nicht verboten. Und da ist ja halt immer noch ein Schiedsrichter, der da eingreifen müsste dann. Also das kannst du denen nicht vorwerfen. Aber du hast ja trotzdem nicht gesehen, okay, hier geht ohne Kostic gar nichts. Sondern Patrizia hat ja gesagt, es wäre ja trotzdem was gegangen. Das hat ja vielleicht dann so im Nachhinein ein bisschen mein Gefühl erklärt, zu sagen, okay, wenn das jetzt hier auch bei uns durchrauscht, dann lieber jetzt, weil das sollte man trotzdem irgendwie stemmen können, dass es dann nicht funktioniert hat. Das lag A an der Chancenverwertung, aber auch B an dem Phänomen, was man diese Saison öfter beobachten konnte. Es gibt manchmal irgendwelche Kleinigkeiten, die die so aus der Bahn werfen, dass die dann nicht mehr zu dem Spiel finden, beziehungsweise nicht mehr zu dem Zutrauen zu merken, sie sind besser als der Gegner. Und das war in dem Fall diese strange Situation da, wo man erst dachte, Elfmeter, der Schiedsrichter hat auch, glaube ich, gepfiffen, dann ist er wieder raus. Dann hat man gedacht, ah, vielleicht sogar rote Karte für Augsburg. Das hat komplett den Stecker gezogen. Und eine wirkliche Erklärung habe ich nicht, habe aber auch keine gehört bis jetzt. Nee, hat mich auch ein bisschen verwundert, weil du sprichst die Situation gerade an. Also Zekiri und Hasebe gehen da im Eintracht-Strafraum zum Ball, um nochmal die Situation zusammenzufassen. Es gab dann relativ schnell den Pfiff vom Schiedsrichter und er hat an sich auf den Punkt gezeigt. Dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es eben kein Foul von Hasebe war, was man dann erst gepfiffen hat, sondern tatsächlich ein Offensiv-Foul. Dann gab es nochmal die Überprüfung aufgrund der roten Karte. Da hat sich anscheinend der Videoschiedsrichter ja dann gemeldet und gesagt, guck es dir nochmal an. Das war dann eine klare gelbe Karte und keine rote Karte und damit war dann ja quasi Freistoß für uns. Aber das ist ja an sich jetzt keine Situation, die dich jetzt großartig irgendwie unter Stress setzt, weil das war ja zumindest für die Eintracht relativ schnell klar, dass es dieses Thema Elfmeter nicht gibt. Und damit müsstest du ja eigentlich in dem Moment als Mannschaft der Eintracht zufrieden sein damit, weil es passiert hier ja nichts. Ja, wahrscheinlich hat Augsburg das aufgeweckt. Genau, genau, das soll ich auch gerade sagen. Ich finde, der ganze Vibe von dem Spiel hat sich geändert ab dem Zeitpunkt, weil Augsburg die ganze Zeit am Motzen war. Also das hat ja dann auch nicht mehr aufgehört. Also da wurde auch von der Seite wieder so viel reingerufen. Das hatte so ein bisschen diese Bremen-Vibes, ehrlich gesagt. Das war das, was in der letzten Saison halt Bremen gemacht hat. Genau das hat Augsburg diese Saison gemacht und das hat damals schon gegen die Eintracht geklappt. Und es hat auch jetzt am Wochenende gegen die Eintracht geklappt, weil man sich davon irgendwie scheinbar so krass beeinflussen lässt, dass man zu sich selbst nicht mehr zurückfindet. Und ich glaube auch Glasner hat das im Post-Match-Interview auch angesprochen, dass man sich da irgendwie mit reinziehen lassen hat, beziehungsweise runterziehen lassen hat, was eigentlich nicht sein dürfte. Und ich glaube, daran hing das dann so ein bisschen gar nicht, dass die Eintracht diese Situation, die eigentlich positiv, da hast du schon recht, die ist ja positiv für die Eintracht ausgegangen. Aber halt diese ganze Stimmung, die dann Augsburg gemacht hat, hat, glaube ich, gedrückt. Und letztendlich hatte man da nicht die Kraft, sich da irgendwie dagegen zu stemmen oder sich davon einfach nicht beeinflussen zu lassen. Und ich fand, wenn man mal diese Szene ausnimmt, und zwar die Szene des 1-1, hat Ramay wirklich ein gutes Spiel gemacht. Gerade auf kurz vor Schluss hat er nochmal gut gehalten, aber das Ding geht eindeutig auf seine Kappe. Das heißt, das war natürlich auch sowas, da muss ich wirklich sagen, da hatte ich ein bisschen Angst, dass er dadurch einen Knacks wegbekommt. Denn, also einen klaren Torwartfehler gibt es eigentlich nicht, diese Spekulierei. Und wenn du jetzt aber wieder guckst, das war eigentlich so die einzige bis dahin problematische, richtig gefährliche Situation. Und die knallt dann natürlich so richtig rein. Ich kann schon irgendwo verstehen, dass da auch irgendwo dann der Fluss raus ist. Das ist nicht mal unbedingt nur wegen der Situation vorher. Klar, mit der Entscheidung und Augsburg hat da irgendwie so einen Weckruf bekommen. Sicherlich habt ihr da völlig recht. Auf der anderen Seite, diese Situation, es darf halt niemals dieses Tor fallen an der Stelle, ist natürlich schon deprimierend. Und auch vielleicht ist bei dem einen oder anderen dann im Kopf drin, oh je, aus so einer Situation, aus so einer eigentlich fertigen, die Situation war eigentlich fertig und das Tor fällt, das ist natürlich schon krass. Und kann ich schon nachvollziehen, dass da der ein oder andere ein paar Minuten gebraucht hat, um wieder reinzukommen. Zum Glück gab es ja dann auch kurz vor der Halbzeit nicht noch Handelfmeter. Das war ja auch nochmal so eine Szene. Ich glaube, Lindström war es, oder? Ja, wobei im Zweikampf beide springen hoch und die Hand wird dann natürlich auch durch die Bewegung in dem Zweikampf von dem Augsburg-Spieler so ein Stück weit hochgedrückt. Also das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt hätte ein Handelfmeter geben müssen. Für mich ist das auch kein Elfmeter, aber wir haben ganz andere Sachen, wurde schon gefiffen. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätten wir vielleicht trotzdem schon mal Forscher nachgefragt vielleicht. Also als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, oh oh, weil es gibt Safe-Schiedrichter, die das auch pfeifen. Weil du hast ja schon auch so absurde Elfmeter gesehen. Also das war ja dann, wo du dachtest, okay, jetzt hat sich das ein bisschen ausgeglichen mit dem Torwartfehler, jetzt hast du da Glück gehabt. Eigentlich muss es ja reichen, weil du hast gefährliche Szene gesagt, ich weiß gar nicht, ob es gefährlich war. Du hast es halt selber gefährlich gemacht, indem die so einfach sich da reinspielen konnten. Und selbst als die Szene angefangen hat, war es ja immer noch nicht unfassbar gefährlich. Das war ja kein Steilpass in den Strafraum, sondern der war ja an der Seite. Also du hättest ja immer noch, obwohl in Dika dies abseits aufgehoben hat, hättest man ja immer noch verhindern können. Und dann geht dieses Ding halt rein, gut, ist halt so. Dann springst du irgendwie diesen Elfmeter von der Schippe zu und zack, ist dann die Halbzeit. Dann müsstest du ja eigentlich sagen, okay, fuck, war jetzt am Ende, war Pech, scheiß drauf, Ramay, mach dir keine Sorgen, weiter geht's, hat er ja auch dann gemacht. Aber dann hätte man zumindest in der zweiten Halbzeit sagen können, okay, wie Patrizia es gesagt hat, so unfassbar wenig Räume lässt Augpunkt uns gar nicht. Lass die mal bitte konsequenter ausspielen. Und auch das, wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit rutschen, ist ja auch noch passiert sogar. Also es gab ja sogar zwei, drei Möglichkeiten, wo du dann trotzdem noch das Tor machen kannst. Und das ist, glaube ich, das, was dann am Ende gefehlt hat. Weil ich glaube, wenn Touré oder Lindström, sind jetzt die beiden Ersten, die mir einfallen in der zweiten Halbzeit, wenn die das Tor machen, dann reden wir hier, sagen, ah ja, die Eintracht entwickelt sich in Richtung Spitzenmannschaft. Die gewinnt auch solche Spiele und gewinnt und bla bla bla. Also es ist manchmal so wenig, was irgendwie fehlt. Du kannst es halt aber auch nicht wegkriegen, wenn es fehlt. Ja, ich glaube, da bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Gerade, aber trotzdem dann auch mit den Aktionen. Es war ja schon bemerkenswert, dass wir gar nicht reagiert hatten. Aber das zeigt ja auch, dass prinzipiell vom Spielstil und von der Struktur, die sich Klaasner vorgestellt hat, es offensichtlich schon so umgesetzt wurde, wie er sich das vorgestellt hat. Weil in der Halbzeit hatten wir ja nicht gewechselt. Ich glaube, die ersten Wechsel waren dann auch von uns relativ spät, oder? Und die nächste Minute ist dann Rode raus. Ich fand, er hat schon extrem lange eigentlich für Rode-Verhältnisse in dem Fall gespielt. Dafür kam dann Jakic und kurz danach hattest du dann noch den Wechsel Bourree raus und Paciencia rein. Und ich glaube, gleichzeitig damit, ja doch müsste gleichzeitig gewesen sein, dann Schändler raus und hinter Elger rein, da ist ja dann Indika auf die linkere Seite gegangen. Weil vor diesen Wechseln haben wir ganz schön geschwommen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich habe es leider nicht nochmal in der Zusammenfassung gucken können, aber ich meine, dass wir ganz schön in der zweiten Halbzeit auch so mal eine Viertelstunde haben, wo man gedacht hat, ach du Jemini, was ist denn hier los? Und die Reaktion dann hinten raus, war es ja schon wieder so, dass du sagen kannst, klar, die Chance, die dann Ramay noch rettete, da hatte nochmal Augsburg auch eine richtige gute Chance gehabt. Aber auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, auch noch Situationen, Basti, du hast es schon angesprochen, musste halt konsequenter dann fertig spielen. Und es ärgert mich auch, dass es natürlich dann schon so ein bisschen Chancen-Tot. Touré war auch leider bei einigen Szenen dann wieder nicht so glücklich vorm Tor. Ja, es ist einfach ärgerlich. Für mich bleibt einfach so dieses, jetzt hast du schon wieder gegen Augsburg nicht dreifach gepunktet, obwohl du sehr gute Chancen hattest. Und es ist mir eigentlich, ja, wenn du oben dranbleiben willst, musst du gegen die Mannschaft, gegen Augsburg eigentlich hier dreifach punkten. Ja, also bei den offensiven Themen von Touré, da würde ich noch so ein bisschen Nachsicht geben, weil er ist nun mal Verteidiger, ist jetzt kein Stürmer, kein offensiver Mittelfeldmensch. Und dass der natürlich, nachdem er ja eigentlich von Anfang an nicht wirklich einen Zugriff auf das Spiel hatte, bei dieser einen Chance jetzt vielleicht dann nicht das Selbstvertrauen hatte, einfach Wolle den Ball da aufs Tor zu zimmern, kann ich schon auch nachvollziehen. Nein, da ärgern mich die zwei Dinger von Lindström, die eigentlich für seine Verhältnisse komplett 200% waren. Die ärgern mich da an der Stelle noch ein bisschen mehr. Ja, du musst halt von beiden 100%igen musst du halt eine nutzen. Und ich glaube, diese Touré-Chance, die ist am Ende im Nachhinein durch diese Lindström-Chancen auch untergegangen, aber das war auch eine Riesenchance. Also der stand da, glaube ich, zwei Meter, der muss den einfach nur reinschieben. Ich meine, am Ende hast du die Chancen und das ist eigentlich noch gut. Also es ist eigentlich gut, dass du die Chancen hast, obwohl dieser Hektik anstand ist, obwohl du nicht mehr so gut drin warst und nochmal die Wechsel ansprechend. Ich glaube, an den Wechsel hast du gemerkt, dass der halt auch gar nicht wechseln konnte. Also du hast ja dann gemerkt, welche Wechsel er gemacht hat. Und das hat ja dann gezeigt, dass der eigentlich auch gar nicht so viele Möglichkeiten hatte. Ich glaube, der hat einfach gedacht, ey, die drei da vorne funktionieren am besten, ich will da gar nicht großartig was ändern. Und ansonsten habe ich halt auch nichts mehr. Also Lamas haben wir schon ausführlich drüber gesprochen in allen Formaten. Und Paciencia ist jetzt auch nicht der Stürmer, ja, wie soll ich sagen, der dir dann da vorne irgendwie hilft, wenn die eigentlich da kombinieren wollen. Weil ich meine, der Spielansatz war halt ein anderer. Du hast halt mit Chandler und Touré auf den Ausmärchen gehabt. Die haben jetzt halt auch nicht unfassbar gefährlich geflankt. Und was soll ich dann Paciencia bringen? Also du hättest ja für Paciencia eigentlich auch noch Kostic gebraucht. Deswegen, ich konnte Glaser da verstehen, dass er nicht gewechselt hat, weil ich saß auch hier und habe gedacht, naja, wen soll er jetzt bringen? Also die Leute, die da auf dem Feld sind, sollten das am wahrscheinlichsten regeln können. Haben sie halt alleine nicht gemacht. Ja, das ist richtig. Da hast du tatsächlich, und das, trotz des eigentlich recht großen Kaders, hattest du in dem Spiel durchaus wenig Alternativen, die du dann da bringen konntest. Fast schon ein bisschen arg traurig. Hinti denn eigentlich generell nicht fit? Oder, er kam ja auch erst in der 81. Minute? Oder war das, sagt ihr, ja, ist einfach der Form der Situation, denn gegen Augsburg, also hätte ich mir schon, wir hatten ja auch letzte Woche, glaube ich, noch drüber gesprochen gehabt, dass das so ein Ding sein könnte, für ihn da teilzunehmen. War für euch eine Überraschung, dass er so spät erst dann überhaupt noch eingewechselt wurde? Oder wie war das bei euch? Patricia, wie war es bei dir? Ja, das ist irgendwie immer so eine Fifty-Fifty-Chance, habe ich das Gefühl, ob jetzt Hasebe oder Hinti spielt am Ende. Ich weiß es nicht. Wir hatten ja in der letzten Woche, glaube ich, Hinti aufgestellt, hier bei uns im Podcast. Glaube auch, ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich gedacht hat, na gut, wenn jetzt Kostic rausfällt und man da eine Flügelzange Chandler-Touré hat, vielleicht mit Hasebe noch so ein bisschen einen aufbaustärkeren Spieler als Hinti in die Mitte und dann daneben halt in Dika und Tuta, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist auch, das wurde ja auch Glasner auf diversen PKs gefragt, was denn jetzt ist und wer denn jetzt vorne ist. Und er hat ja sich auch nicht direkt geäußert, dass er jetzt irgendwie Hasebe oder Hinti bevorzugt, sondern dass man da von Woche zu Woche schauen muss und er halt froh ist, dass er die Auswahl hat an so guten Spielern. Und ich glaube einfach, das waren so kleine Dinge, die dann den Ausschlag gegeben haben. Hasebe hat das ja auch ordentlich gemacht. Genau, genau, ja. Auf jeden Fall. Aber ich finde schon, dass es bemerkenswert ist. Man merkt schon, dass Hinti kein unangefochtener Stammspieler mehr ist. Und ich weiß, ich kann das gar nicht bewerten, ich kann es nur feststellen. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil soll ich jetzt Indika oder Tuta rausnehmen? Das ist jetzt auch, weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ey, ich würde es eher verstehen, wenn XY draußen sitzen würde. Das ist jetzt halt Hinti, man ist eigentlich gewohnt gewesen, dass es eine absolute Bank ist. Wir waren auch froh, dass er geblieben ist. Es gab ja mal eine Zeit, wo das nicht so klar war. Und jetzt ist es so, dass man öfter sieht, okay, da sitzt er auf der Bank. Was passiert da? Also welche Entwicklung kann man da vielleicht ablesen? Ich bin da echt noch komplett unsicher. Deswegen weiß ich gar nicht, wie bewertet ihr das? Also wie fühlt sich das an? Weil es ist ja neu zumindest trotzdem. Ja, ich tue mich da ähnlich schwer wie du. Ich würde es jetzt einfach mal vermuten, dass es halt aufgrund von taktischen Erwägungen ist und dass das halt wirklich eher so eine Hauchentscheidung ist. Und ich meine, dass du jetzt in der Defensive, wenn da jetzt nicht irgendwie entweder einer verletzt oder halt irgendwie kurz vor Gelb-Rot steht, wechselst du da ja auch nicht unbedingt jetzt relativ früh aus, sondern willst ja eigentlich das Gebilde, was du da hingestellt hast, was wahrscheinlich dann auch zu dem Zeitpunkt recht stabil funktioniert, auch nicht unbedingt zerreißen. Also das ist ja eher so eine Sektion, wo du tendenziell eher spät wechselst. Von daher wundert mich der Zeitpunkt jetzt vielleicht an der Stelle nicht. Ich tue mich aber ähnlich schwer wie du, Basti. Ich kann es jetzt auch nicht richtig bewerten an der Stelle. Ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass ihn das letztendlich verschreckt so ein bisschen, weil ehrlich gesagt, ich rechne halt fest damit, dass Indica im Sommer geht und hat Hinti dann wahrscheinlich den Platz zurück. Also dann ist er halt wieder in der Dreierkette links gesetzt, weil Indica halt weg ist. Tuta ist ja eher so eine, ist halt das Ding, ich weiß gar nicht, ob sich Hinti oder Tuta durchsetzen würden, aber Tuta hat halt das Glück in dem Sinne, dass er derjenige ist, der geeignet ist für die rechte Seite, die kein anderer von Indica oder Hinti so unbedingt spielen möchte wahrscheinlich auch. Von daher passt das für ihn ganz gut, aber ich hoffe einfach, dass da irgendwie genug Geduld ist oder dass es auch gut durchgesprochen ist, dass Hinti vielleicht auch weiß, hey, pass auf, das ist jetzt aktuell so eine Phase. Er war ja auch, das war ja auch, finde ich, ein bisschen leistungsbedingt. Also anfangs hat er sich ja so ein bisschen schwer getan, reinzukommen, hat sich ja dann wieder gefangen, hatte dann aber auch dieses Schulterding noch. Ich weiß auch nicht, wie sehr ihn das immer noch beeinträchtigt hat, wenn er gespielt hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass seine Leistung auch, während er mit dieser Schulter gespielt hat, schlechter war als jetzt, wo es wieder besser ist. Deswegen keine Ahnung, vielleicht, also ich hoffe einfach, er weiß und intern ist das einigermaßen geklärt, dass es jetzt nicht so ein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie so komplett die Nummer zwei sozusagen ist, sondern ich glaube wirklich, dass es so ein enges Ding zwischen ihm und Herr Seebe und auch, man muss ja auch schauen, wie oft Herr Seebe kann und wie lang. Das weiß man ja auch nie so genau. Deswegen, ja, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass es ihn verschreckt, aber ich hoffe eben nicht, weil letztendlich brauchen wir ihn so oder so, weil Indika wird gehen wahrscheinlich, so leid es mir tut. Das ist jetzt halt die Frage, ob er nicht dann auch geht, weil ich glaube, dass er, wir haben es gemerkt bei seinen Stationen davor, dass er in Frankfurt so durchstattet, war er nicht selbstverständlich. Das ist, glaube ich, ein Spieler, der sehr, sehr viel Zuspruch braucht. Also ich glaube, der muss sich sehr sicher fühlen. Und dann kann er das leisten, was er leistet. Und das ist ja aktuell nicht so. Er kann sich nicht sicher sein, ob er spielt. Es sind keine Fans da, die ihm vielleicht auch wichtig sind. Ich habe schon ehrlich gesagt da so ein bisschen Bedenken, dass der dann einfach in diesem Mut ist, zu denken, okay, sollte jetzt ein Angebot kommen, gehe ich vielleicht, weil die dann da komplett auf mich setzen. Und ich fände das ein bisschen riskant, muss ich sagen. Weil am Ende musst du trotzdem so ein bisschen auch über die Saison hinausdenken und sagen, ey, die Wahrscheinlichkeit, dass Hinti bleibt, wenn du das mit ihm absprichst, und das wird ja wohl hoffentlich stattfinden, die ist schon größer als die, dass Indika bleibt. Und meiner Meinung nach ist da vielleicht sogar irgendwie der Plan, dass die gar nicht mehr auf Hinti bauen, weil er eventuell taktisch gesehen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht gar nicht zu Glasner so sehr passt. Weil ich erinnere mich bei ihm an eine Aussage, erinnert ihr euch, als Roger Schmidt hier im Gespräch war? Gab es Aussagen von Hinti, die schon ein bisschen älter waren, glaube ich sogar. Aber als er sagte, es war mein bester Trainer, der hat gar keine Taktik, er hat einfach gesagt, hier spielt einfach um Blabla. Also kann sein, dass irgendwie dieses komplexere System, was Glasner hier, glaube ich, implementiert hat, vielleicht gar nicht so zu Hinti passt. Und ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung, weil ich meiner Meinung nach darf man nicht unterschätzen, dass der schon sehr, sehr wichtig war, auch offensiv. Aber das wäre ja wirklich fatal, wenn du da jetzt dann wirklich Gefahr laufen würdest, Indika und Hinti zu verlieren. Und Hasebe, selbst wenn der noch ein Jahr hinten dranhängt, ist der dann, weiß ich nicht, 2.107 Jahre alt. Da kannst du jetzt auch nicht davon ausgehen, dass der dann die ganze Zeit spielt. Und wen haben wir denn Innenverteidiger technisch aktuell noch? Da ist ja keiner. Na gut, die verpflichten ja scheinbar ein oder zwei sogar. Also das könnte natürlich sein, dass wir nächstes Jahr einen komplett neu haben. Genau, aber dann spielst du quasi mit einer halben bis drei Viertel Abwehr, die halt komplett neu da hinten drin ist. Ich glaube leider, dass wir uns darauf einstellen müssen, hätte ich gesagt. Ich glaube, wir werden... Ja, das ist halt mittlerweile schon gewohnt, aber ich fände es halt auch sehr schade. Es würde mir auch ein bisschen Sorge bereiten, weil letztendlich einen von beiden, wenn jetzt Indika geht oder Hinti geht, könnte ich gerade noch verkraften, weil ich weiß, okay, der andere ist immer eine Bank gewesen. Der ist da, der kennt den Verein, der hat die Erfahrung, der kann den anderen irgendwie noch so ein bisschen an die Hand nehmen. Tuta wächst da rein, hat noch nicht so ein Standing wie jetzt Indika oder Hinti. Und dementsprechend würde mich das schon beruhigen, wenn einer von beiden bleibt. Und wenn die beide gehen, schon scheiße. Aber letztendlich ist man es auch gewohnt, dass die halbe Mannschaft auseinanderfällt und dann da vielleicht was Neues zusammenwächst. Ich weiß nicht, das ist schwierig, aber irgendwie ist es dieser Punkt... Ich bin an diesem Punkt, wo ich sage, ja, mal wieder, man kennt es. Und irgendwie ist das ernüchternd, aber ja, was soll man machen? Ich befürchte ehrlich gesagt, dass wir im Sommer auch mehr Veränderungen haben werden, als uns lieb ist. Also ich glaube, wie Patrizia es gut beschrieben hat, darauf kann man sich schon einstellen. Man muss halt gucken, dass es immer wieder trotzdem ist. Im Endeffekt erschreckt es mich auch, dass ich im selben Mut bin wie Patrizia, zu denken, ja, mein Gott, dann ist es halt so und dann kommt er wieder. Also es zeigt halt auch, dass man da wirklich desillusioniert ist. Ich glaube, dieser Büffelherdenabgang war, glaube ich, das Letzte, was man gebraucht hat, weil man ja bei Silva schon gemerkt hat, dass das einem nicht mehr komplett mitnimmt. Dann kommt vielleicht auch noch Corona dazu, dass du sowieso nicht so eine Beziehung zu den Spielern aufbauen kannst, weil du die kaum noch live siehst. Das ist sehr tragisch alles gerade, weil, ja, keine Ahnung. Ja, aber dann, ich würde da Corona auch nochmal in den Ring argumentativ werfen, weil um diesen großen Umbruch oder diese vielen Wechsel dann da zu haben, brauchst du natürlich auch auf der Gegenseite Vereine, die dann da halt auch in einen entsprechenden Invest gehen. Das hatten wir ja jetzt im letzten Sommer schon, dass man durchaus wahrscheinlich bereitgewehre kostet, abzugeben, wenn denn auch die Summe, die da auf dem Papier stand, eine entsprechende Höhe hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob es da jetzt Vereine gibt, die da jetzt großartig investieren werden in diesem Sommer. Ohne Indica wirst du jetzt auch nicht für 10 Millionen gehen lassen. Ja, weil ich bei Indica mir vorstellen kann, dass das halt ein großer, also wirklich ein größerer Verein zuschnappen wird und man da dann doch irgendwie das bekommt, was man möchte oder zumindest ansatzweise das bekommt, was man möchte. Klar, die werden aufzuschauen. Weil er halt erst 22 ist, genau, auch, ne? Genau, der ist halt sehr, sehr jung auch noch. Das ist, ich finde, das ist auch nochmal was anderes als bei Hinti. Ich finde, Indica hat auch andere Anlagen, also meiner Meinung nach ist Indica einfach der komplettere Spieler, auch der stärkere Innenverteidiger, plus er hat halt diesen Bonus, er ist 22, der ist so jung, der hat alles noch vor sich und ist trotzdem jetzt schon extrem erfahren, hat eine Ausstrahlung auf dem Platz. Das ist halt der Wahnsinn, so, das ist ein Spieler, da weiß man schon, der ist eigentlich der Eintracht jetzt schon fast entwachsen, so weh das tut, weil das wird auch wirklich ein Abgang sein, der mir wirklich wehtun wird. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da halt ein Verein kommt, der auch wirklich schon eine Hausnummer ist und dann auch einigermaßen gut Geld hinlegen wird. Klar, nicht das Geld, was man wahrscheinlich vor Corona bekommen hätte können, aber trotzdem irgendwie was, was der Eintracht ja dann auch hilft. Letztendlich braucht die Eintracht auch das Geld. Und ich glaube, Indica ist eben einer dieser Spieler, ja, wo das so eine Win-Win-Situation ist. Er bekommt den größeren Verein und die Eintracht bekommt einigermaßen stattliche Ablöse, um zu schauen, wie sie das reinvestieren kann in den Kader. Ja, aber auch die Reinvestition sollte ja dann auch entsprechend geringer ausfallen. Also wenn wir hier von, der Markt ist ja an allen Stellen dann eingebrochen, ist der falsche Ausdruck. Aber ich glaube, auch andere Vereine sind auf Geld angewiesen und du kriegst vielleicht Spiele, die du vorher, ja, überhaupt nicht hättest irgendwie holen können, dann doch noch. Also ich glaube, das nivelliert sich dann schon so ein bisschen. Ja, was die Nachbesetzung angeht. Ja, du wirst natürlich für einen Nachfolger jetzt keine, ich weiß nicht, was realistische Summen sind für Indica. Also ich sage mal 25 Millionen. 25 oder drüber halt auf jeden Fall. Du wirst auf jeden Fall nicht für einen Nachfolgespieler dann 25 Millionen auf den Tisch legen. Du musst aber halt auch bedenken, dass die Kohle wahrscheinlich zu 80 bis 90 Prozent schon weg ist, nämlich für die Ausgaben, die du im Laufe des Jahres hattest, die du halt da nicht decken kannst, weil du keine Zuschauer hattest und vielleicht auch irgendwie, je nachdem, wie die ganze Thematik irgendwie hier noch weitergeht, weiß ich nicht, wie das mit den Fernsehgeldern und so weiter sich wieder entwickelt. Also die Kohle ist wahrscheinlich vorher schon ausgegeben, bevor du da auch schon Spieler verpflichtet hast. Meinst du, das ist so knapp kalkuliert, dass du tatsächlich Spieler verkaufen musst, um da am Ende auf ein Nullsummenspiel zu kommen? Ich glaube nicht, dass du die Summe dann direkt wieder in Transfers, in andere Spieler in voller Höhe reinfecken kannst. Nein, in der vollen Höhe nicht, nein. Aber das ist auch gar nicht, glaube ich, das Konzept, was die Eintracht ja verfolgt. Wir sehen das ja immer wieder. Ich denke, dass da talentierte Jüngere geholt werden, die dann vielleicht zwischen, wenn das ein super Deal ist, dann bezahlst du wahrscheinlich sieben Millionen. Wenn das doch ein bisschen teurer ist, sind es 15 Millionen. Das ist so, glaube ich, die Bandbreite als Nachfolge. Hast sicherlich noch ein bisschen was drüber. Die Frage ist ja auch dann, was will ein Indiker, der ja auch nur noch Vertrag dann bis 23 hätte. Das heißt, wenn du ihn binden willst, müsstest du jetzt eine Vertragsverlängerung machen. Heißt auch, deutlich höherer Salär, also deutlich höheres Gehalt. Kannst du dir das noch leisten? Wahrscheinlich ist das dann schon das große Problem. Das ist ja bei jungen anderen Spielern, die du dann wiederholst, die vielleicht in der Preisklasse noch etwas noch nicht so ganz ausentwickelt sind. Da denke ich, kannst du dann schon auch eher vom Gehalt her, das passt dann eher ins Gehaltsgefüge auch von der Eintracht. Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass Indiker wahrscheinlich nicht mehr dann bei der Eintracht sein wird. Und ich bin auch froh, Basti hat es ja vorhin angesprochen, dass hier offensichtlich auch schon die Fühler ausgestreckt werden und die Weichen gestellt werden, dass hier Nachfolger kommen. Du hast aber natürlich hier dann ganz schön viele Baustellen. Also ihr habt es gesagt, Indiker, Hinti, Hasebe ist auf jeden Fall auch jemand, der auch irgendwann kann der auch nicht mehr so viele Spiele machen, auch wenn er unzerstörbar wirkt. Das ist schon echt krass. Und da macht es mir schon so ein bisschen, es macht mir schon Angst, wenn ich sehe einfach, wie wichtig so eine Defensive halt heute auch ist, die stabil ist. Ich glaube ehrlich gesagt, damit hört es nicht auf. Ich glaube, wir müssen die Liste weiterführen dann mit Rode. Wer weiß, ob der irgendwie nochmal komplett fit wird. Und Jupiter So ist, glaube ich, auch jemand, den du eventuell verkaufen musst, um diese Löcher zu stopfen, die halt durch Corona da sind. Ich meine, machen uns nichts vor, diese Löcher sind da. Und das ist jetzt schon das zweite Jahr Corona. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, oh geil, bei der Eintracht ist es so ruhig. Es ändert aber nichts daran, dass das Geld fehlt. Und ich glaube, dass es sein kann, dass du Indiker und So verkaufst, ohne dass du dann großartig investieren kannst, weil du Löcher stopfen musst. Ich glaube, das ist einfach der Nachteil, den man hat, gegenüber Vereinen wie Wolfsburg und so. Und ich stelle mich da ehrlich gesagt darauf ein, dass sonst wirklich, und Kostic ist der Nächste. Ich wollte gerade sagen, Kostic ist natürlich auch so. Der ja eigentlich auch schon gehen wollte. Und dann hat das Angebot nicht gestimmt, wer es ist, wenn das jetzt stimmt. Kannst du dem, glaube ich, nicht nochmal sagen, nee, geht nicht. Ja, vor allen Dingen, du musst halt auch bei Kostic wieder bedenken, dessen Vertrag läuft auch 23 aus. Ich glaube nicht, dass der sich jetzt auch so ohne weiteres, ähnlich wie vielleicht in Indiker, was Dennis ja gerade gesagt hat, auf eine Vertragsverlängerung einlässt. Sondern ich glaube, der hat auch durchaus, der hat ja schon gesagt oder angedeutet, dass er gehen will. Dem ist halt auch klar, okay, wenn es halt dann da nicht im Sommer klappt, dann halt spätestens dann, wenn der Vertrag ausläuft, und dann siehst du halt überhaupt keine Kohle. Das ist es ja. Das sind genau diese Überlegungen. Das ist jetzt der nächste wilde Sommer durch Corona. Und weil Eintracht ist sowieso immer wild. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich meine, nicht umsonst hört man ja, wir haben von Smolcic gehört, wir haben von Onguene gehört. Mwani ist im Gespräch. Da habe ich ja gar nichts zu sagen. Mir ist gerade aufgefallen, Tuta hat auch nur Vertrag bis 23. Das ist schon... Herzlichen Glückwunsch, Alter. Nee, der wird zwar länger... Nee, komm, könnt ihr bitte aufhören. Du hast doch mit dieser Thematik angepackt. Ja, man muss damit klarkommen als Eintracht-Fan. Aber doch nicht mit fünf Spielern. Jetzt hört doch mal auf. Du hast doch das Thema hier angepackt. Ich habe jetzt mit Indika gerechnet und Kostic vielleicht. Und das ist aber auch mal gut. Also bitte, ich halte es nicht aus, wenn ich das so höre. Klar, ich glaube, Basti hat da tatsächlich recht. Man muss sich darauf einstellen. Aber vielleicht muss ich es zurücknehmen, dass ich das so einigermaßen entspannt sehe. Weil wenn ich jetzt höre, Indika, Hinti, Kostic, So und Tuta vielleicht auch noch, da bin ich raus. Da muss ich erstmal kurz... Da brauche ich eine Pause. Da können wir in drei Wochen vielleicht nochmal drüber reden, wenn ich mich hier so ein bisschen eingekriegt habe. Weil das ist das... Ich weiß nicht, wie ich den Sommer überstehen soll dann. Haben wir schon gesagt, dass Kamada auch nur einen Vertrag bis 23 hat? Das stimmt. Das war auch jemand, der eventuell schon quasi weg war. Wahrscheinlich nichts. Es ist ja elf neue Spieler auf dem Platz. Nee, Quatsch, nicht elf. Neun außer Gentleman-Turi, die bleibt. Na, Trapp beendet seine Karriere bei der Eintracht. Na, Trapp ist Krösche. Genau. Das haben wir sicher. Jetzt wird es ganz bitter. Erik Durm hat auch nur Vertrag bis Mitte 23. Oh, schade. Das ist ja das Nächste. Rechtverteidiger halten wir alle. Das ist das Nächste. Ich glaube, wir haben jetzt über die potenziellen Abgänge gesprochen, die uns wehtun würden. Es gibt ja auch noch potenzielle Abgänge, wo man sagt, okay, die müssten eventuell passieren. Das kann dann schon sein, dass die Eintracht nächstes Jahr sehr viele neue, neue Spiele hat. Da muss sich ja auch erstmal so ein Gebilde entwickeln. Und gerade für so ein Gebilde ist es halt eigentlich wichtig, dass zumindest irgendwie ein, zwei bleiben, die man wirklich zu der Achse zählt. Und wenn die jetzt komplett wegbricht, wird es interessant. Ich hätte halt gerne in jedem Mannschaftsteil zumindest einen, der irgendwie, ja, bleibt und schon die Mannschaft kennt und auch den Plan kennt. Also zum Beispiel Trapp im Tor, okay, der zählt vielleicht sogar noch mit bis zur Verteidigung, weil er mit denen auch in Kontakt ist und die ganze Zeit kommuniziert. Aber da hätte ich trotzdem gerne noch so einen Hinti, der dann irgendwie da ist und alles weitertragen kann. Und dann davor noch einen Sow oder einen Rode. Und dann davor, okay, hat man Lindström, ist er relativ neu noch. Weiß ich halt nicht. Und ja, Stürmer kommt sowieso neu. Hat man einen Boree jetzt zumindest. Also so Boree, Lindström ist so, wo ich sage, die bleiben ja wahrscheinlich, die haben wir. Da bin ich sehr, sehr froh, weil das sind Spiele, an denen ich Freude habe. Und da kann ich mich wenigstens darauf stützen, wenn alle anderen gehen. Ja, aber das ist schon schwierig, wenn dann wirklich da so eine komplette Achse wegbricht. Man weiß ja auch nicht, was man diese Saison erreicht. Also stell dir mal vor, man ist dann doch einigermaßen erfolgreich. Und dann steht man wieder vor so einem Sommer, wo man sagt, ja, jetzt hat man eigentlich was Cooles erreicht. Meinetwegen Euroleague. Aber das komplette Team fällt wieder auseinander. Ja, wobei das vielleicht für den ein oder anderen Spieler, wenn halt eben dann, je nachdem, welche Angebote auf dem Tisch liegen, das dann auch so ein bisschen die Entscheidung dann ausmachen kann, ob sie vielleicht noch ein Jahr bleiben oder nicht. Also das kann ich mir halt schon noch dann vorstellen, je nachdem, wie du dann am Ende abschneidest. Das sehe ich ehrlich gesagt bei den wichtigen Transfers nicht, weil ich glaube, dass da einfach die Euroleague nicht ausreicht. Ja, wahrscheinlich. Und dass die Euroleague dir dann auch zumindest im Vorhinein nicht genug Geld garantiert, dass die Eintracht sagen kann, ah, okay, wir können hier an der Stelle auf 25 Millionen XY für den und den verzichten, weil wir das in die Euroleague einnehmen. Das ist ja auch nicht gesagt. Also es ist echt eine schwierige Situation, die sogar schon dazu führt, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob ich mich irgendwie für die Euroleague qualifizieren will. Weil du ja dann wieder in diesem Stress bist, dann hast du nächste Saison wieder genau die gleiche Saison wie diesmal. Also das ist genau die gleiche. Und dann hast du wieder diese Unsicherheiten, musst dich einspielen, hast Doppelbelastung, weißt nicht ganz genau Bescheid. Ehrlich gesagt, für die Eintracht wäre es gut, wenn mal irgendwie drei Monate Pause wäre und die durchatmen könnten, aber das funktioniert ja nicht. Das sind merkwürdige Zeiten auf jeden Fall, die sich mit halt merkwürdigen Zeiten vermischen, die noch sowieso stattfinden. Also dass wir Angst haben, dass Spieler gehen, ist klar. Jetzt kommt noch Corona dazu und Unsicherheiten. Das ist irgendwie alles so, boah, keine Ahnung. Also ich glaube, dass jetzt wieder Geisterspiele sind, trägt nicht dazu bei, dass wir ruhiger schlafen können, was mögliche Abgänge betrifft. Mit Sicherheit nicht, weil es die finanziellen Situationen natürlich nicht verbessert an der Stelle. Und ihr hattet ja schon das Angstgespenst, nächstes Mal wieder, ja hier, wie heißt es denn, Euroleague zu spielen. Es kann ja auch Conference League werden, das ist halt dann wirklich bitter. Weil da verdienst du, glaube ich, wirklich gar nichts. Es ist trotzdem derselbe Aufwand. Also das ist nochmal so eine, von der Tabellenposition her, es ist halt immer nervig. Du spielst eigentlich oben mit. Du hast die Chance da, alle internationalen Plätze irgendwie reinzurutschen. Das bietet auch diese verrückte Corona-Zeit. Ihr habt es ja schon angesprochen. Du stehst ja immer noch mit 28 Punkten auf Platz 8 und hast drei Punkte, glaube ich, auf Platz 4 Abstand. Das ist schon wahnsinnig eng alles. Und weshalb, da geht schon nach oben hin was, nach unten hin, sagen wir mal, das haben wir hoffentlich alles im Griff. Und dafür ist der Kader auch deutlich zu gut. Trotzdem muss man schauen, am Ende kann es passieren, dass wir wirklich in so einem, ja auf dem undankbaren, Anführungszeichen, Conference League-Platz dann landen. Das ist halt, für die Band sicherlich schön, aber... Zwischen Platz 3 und Platz 10 hast du eine Range von fünf Punkten momentan. Was halt völlig verrückt ist. Wenn wir jetzt mal, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auch jetzt irgendwie die Gegenwart, wie Dennis das, Dennis hat es jetzt gut eingebracht, zu sagen, es gibt noch eine Gegenwart. Das haben wir ein bisschen aus dem Auge verloren mit dieser Diskussion Richtung Sommer. Du kannst ja theoretisch jetzt auch noch jemanden holen. Und ich meine, mit Younes ist jetzt jemand gegangen, der zumindest, da sollte vielleicht ein bisschen Geld, sollte da irgendwie jetzt frei geworden sein. Und du kannst ja genau in diese enge Tabelle eigentlich auch nochmal tätig werden und sagen, ey, vielleicht will ich mir jetzt im Winter schon Leute holen, um jetzt anzugreifen und zu sagen, ey, meine Güte, wir wollen wieder in die Euro League oder vielleicht sogar in die Champions League, aber da müsstest du halt jetzt noch was machen. Kannst du vielleicht jetzt nicht, weil du halt auch nicht weißt, wie viel Geld du im Sommer einnimmst. Also die Gesamtgemengelage zwischen Gegenwart und Zukunft und allen möglichen Sachen, die ist hochspannend, weil die auch nicht nur schlecht ausgehen kann. Also es kann natürlich sein, dass der Eintracht jetzt irgendwie zwei Spieler findet im Winter, günstig, dadurch in den Flow reingerät, weil Schwachstellen behoben sind und du vielleicht ein bisschen mehr reagieren kannst. So Spiele wie in Augsburg gewinnt und auf einmal bist du Vierter, weil die anderen vielleicht trotzdem strugglen. Das ist ja möglich. Ich meine, wir haben es gemerkt in der Saison, wo wir es nicht geschafft haben, das war ja auch knapp. Da haben halt auch ein paar Körner gefehlt. Da musstest du Mainz, Schalke, Freiburg am Ende besiegen, hast du nicht geschafft. Das ist ja nicht gesagt, dass das nicht dieses Jahr auch wieder möglich wäre. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Ich halte das sogar für sehr wahrscheinlich, dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Also die Bundesliga ist auch in diesem Jahr wieder an vielen Stellen so schlecht wie niemals zuvor. Vor allem jetzt mit den ganzen Corona-Infektionen, die da passieren, die jetzt auch gehäuft passieren mit der neuen Variante, die ja ansteckender ist. Letztendlich ist das halt unberechenbar. Du weißt halt nicht, wem, welche Leistungsträger, wann, in welcher Phase der Saison ausfallen, ob überhaupt jemand ausfällt. Also das steht halt alles in den Sternen. Du hast keine Ahnung, was da passieren kann. Und das kann den einen oder anderen, der gerade einen Lauf hat, auch nochmal komplett rausreißen. Aber irgendwie jemand anderen, der einigermaßen verschont bleibt oder jetzt vielleicht schon, die Eintracht, die Fälle mit Kostic und Trapp hatte, wenn alles gut geht und ich drücke die Daumen, dann sind die bald wieder da und fallen dann wahrscheinlich auch erst mal die nächste Zeit nicht mehr aus. Du weißt halt nicht, wo es hingeht. Du brauchst nur ein bisschen Glück haben in dem Moment dann halt auch vom Spielplan her, dass dir vielleicht die Spieler beim Gegner jetzt nicht ausfallen, wenn es Augsburg ist, sondern wenn halt der Gegner, weiß ich nicht, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig heißt und dann hast du halt schon wieder eine ganz andere Thematik da und dann kannst du halt schnell mal irgendwie eins, zwei Plätze nach oben gut machen. Also das halte ich schon für durchaus realistisch. Ich halte es nur leider auch genauso für realistisch, dass die Eintracht zwar Spieler verpflichten wird, aber die alle erst nächstes Jahr im Sommer kommen und dass da jetzt in diesem Winter halt leider keiner auf der Matte stehen wird. Ja, das ist halt genau das. Es ist so viel Unsicherheit da, dass man das halt auch einfach selber gar nicht einschätzen kann. Ich weiß es selber nicht. Also ich würde auch nicht mal irgendwie laut rumschreien und sagen, ihr müsst jetzt da zwei Spieler holen und dann die Champions League angreifen, weil das garantiert dir auch keiner. Es kann auch sein, dass du zwei Spieler holst und am Ende kommst du trotzdem in die Conference League, wie Dennis sagt. Und dann stehst du da und hast vielleicht irgendwie kurzfristiges Budget für Spieler, die dir sofort helfen, verbraten und hast dann deine Möglichkeiten im Sommer eingeschränkt, die du ja jetzt auch noch gar nicht kennst. Also es ist unglaublich schwierig, aber irgendwie habe ich noch ein naives Vertrauen, dass die Eintracht das ja auch weiß und das vielleicht für den Sommer schon mehr klar ist, als wir wissen. Und dass die Eintracht trotzdem auf dem Weg ist, eine Mannschaft zu bauen, die zumindest, und das ist glaube ich das, was mich aktuell jetzt positiv stimmt, die zumindest in der Lage ist, mit dem Konzept, was ja Spielern, die potenziell kommen könnten, aufzeigt, zum Beispiel Mouani überzeugen zu können, zu sagen, ey, komm mal nächsten Sommer hierher, die Entwicklung ist jetzt hier noch nicht vorbei. Also der kommt ja jetzt auch nicht zum Verein, die ihm sagen, hier, wir wollen auf jeden Fall jetzt nächstes Jahr Zwölfter werden, sondern also redest ja auch mit Spielern und zeigst denen, was du vorhast und dementsprechend musst du es ja dann auch irgendwie einbauen in deine Handlung. Ja, also nach aktueller Gerüchtelage ist ja Mouani nächste Woche zum Medizincheck, daher sollte er wohl angeblich diese Woche schon da sein. Das hat sich jetzt aufgrund von, weiß ich nicht, Corona-Regelungen und so weiter anscheinend nochmal ein bisschen verzögert, aber demnach wäre nächste Woche Medizincheck und dann Vertragsunterschrift für einen Vertrag ab Sommer, dann ablösefrei, aber halt eben dann mit entsprechendem Handgeld auch für den Spieler. Das war jetzt der letzte Stand, wie er heute am Nachmittag an verschiedensten Pressestellen zu lesen war. Erschien oder scheint ja auch so ein bisschen das zu sein, was sich in den letzten Tagen auch schon angedeutet hat. Da macht das ja nicht so den Anschein, dann auch aufgrund der Aktivitäten des Geschäftsführer von Nord, ist der Geschäftsführer, keine Ahnung, da dieser Fred, der da meint, Gott und die Welt irgendwie bei der FIFA anschwärzen zu wollen. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass man sich da jetzt auf irgendwas einigt, was schon in diesem Winter stattfindet oder habt ihr das anders gesehen? Patricia? Was hast du gerade gesagt? Ich hatte gerade eine Nachricht bekommen und habe die gerade gelesen. Also kannst du vielleicht die letzte Frage noch mal wiederholen? Ich hatte gefragt, ob du erwartet hättest, dass Mourani jetzt schon im Winter kommt, dass man sich da mit dem Herrn Waldemar da von Nord auf irgendeinen Deal einigt. Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube nicht, dass die wirklich auf Geld verzichten würden und dass die Eintracht jetzt auch nicht das Geld unbedingt zum Fenster rausschmeißen kann und will und von daher wahrscheinlich einfach der cleverere Deal ist, das über den Sommerfest zu machen. Habt ihr denn gehört, um wie viel Geld ging es denn da? Habt ihr da mal was in der Summe gehört? 8 bis 10 Millionen, oder? 8 bis 10 Millionen wollte Nord haben und am Ende scheint es jetzt irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen zu sein, was Mourani allen anhand Geld da an der Stelle bekommt. Ja, eben. Und klar, ich finde, das ist dann halt wieder diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Was ist, wenn er aber schon im Winter da ist und dir vielleicht weiterhelfen kann? Letztendlich aber bin ich ja nicht in den Finanzen der Eintracht drin und kann nicht sagen, kann man das überhaupt realisieren? Also kann man überhaupt diese Kosten-Nutzen-Abwägung machen? Oder geht es halt nicht? Nein, weil er sonst wahrscheinlich nicht zu uns gekommen wäre, der Spieler auch. Also ich sage mal, der Spieler hat ja jetzt den Vorteil, das, was er jetzt als Handgeld bekommt, wäre ja sonst, ich glaube, der Ausschlag zur Eintracht hat ja auch nochmal gegeben, dann das, was jetzt für die Ablöse sonst bezahlt werden, wieder an Nord, dass der Spieler da eben einen großen Teil von auch nochmal einstreichen kann. Ich glaube, der Wechsel wäre so wahrscheinlich jetzt nicht zustande gekommen, einfach auch, weil der Spieler das Geld gerne einstreichen würde. Ja, weiß ich nicht. Das ist für alle Beteiligten dann gut, oder? Ich glaube tatsächlich auch, dass er eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit bei der Eintracht hat. Ich meine, du hast mit Indica ja gesehen, was ist, wenn du junge Spiele hast, die zur Eintracht kommen, auf die gesetzt wird, die ein entsprechendes Spielsystem haben. Dann ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit dann das System, was Glasner im Kopf hat, dann auch dem Spieler entgegenkommt. Und gerade auf der Stürmerposition hat er natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz. Ja, du hast Boree, der sich da jetzt so ein bisschen reinarbeitet, der aber halt ein komplett anderer Spielertyp ist. Lamas ist nur geliehen und der wird meiner Meinung nach so leid es vielleicht am Anfang geklungen hat, aber der wird im Leben hier nicht länger bleiben, als die Laie halt ist. Ich glaube, das Experiment ist halt einfach gescheitert. Patienza weißt du nicht, ob er bleiben wird, weil ich vermute mal, dass der einfach auch sehr viel Finanzen bindet. Dann hast du einen Ackmann, der wahrscheinlich aus der Laie zurückkommen wird. Dann ist die Frage, wenn der hier keinen Stamm spielen kann, ob der dann hier bleibt oder ob der dann vielleicht auch nochmal irgendwie verliehen wird. Also er ist halt relativ konkurrenzlos an der Stelle. Ja, vor allem er ist ja auch ein anderer Stürmertyp. Also sowohl Ackmann als auch Boree sind erstens deutlich kleiner und zweitens demnach halt auch komplett andere Typen. Also zum Beispiel im Boree kannst du mit einem Mouani, Colomouani auch kombinieren. Also so ist ja nicht. Ja, klar. Klar ist dann halt ein anderes System, aber musst du halt schauen. Linström dahinter und ab die Post. Deswegen. Also das ist ja alles, was das schließt sich ja gar nicht aus. Von daher hat er jetzt wirklich nicht die allergrößte Konkurrenz, denke ich mal, da auf der Position. Klar ist es dann ein attraktives Pflaster, würde ich sagen. Vor allem, wenn das halt ein Verein ist wie die Eintracht, der sich da langsam auch so etabliert, zumindest immer, um Europa mitzuspielen, ist ja vielen auch wichtig und ist ja auch natürlich ein Sprungbrett und du sammelst Erfahrungen und ich denke schon, dass er erstens in der Eintracht eine Entwicklungsmöglichkeit sieht, aber klar, es muss dann auch finanziell immer passen und wenn da ein Paket gefunden wurde, das dann halt wahrscheinlich im Sommer am ehesten zu realisieren ist, dann wird das so kommen. Ich hätte ihn gern auch schon im Winter in Empfang genommen, aber gut, wenn es nicht geht, dann werde ich mich trotzdem freuen, wenn er dann im Sommer bei uns ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich vermute mal oder hoffe, dass dann nächste Woche da einfach dann auch Vollzug für den Sommer gemeldet wird, dass dann ein Thema dann zumindest schon mal eingetütet ist und man sich da um weniger Dinge irgendwie Gedanken machen muss. Hat ja dann vielleicht auch an der Stelle wieder Auswirkungen auf Gespräche mit anderen Spielern. Ich meine, sowas hat ja dann auch immer so ein bisschen Symbolwirkung, wenn du eben die Möglichkeit hast, so einen Spieler zu verpflichten und damit auch damit nochmal Perspektiven und Entwicklungen, die du vielleicht irgendwo skizziert hast, dann auch nochmal zu bekräftigen, dass das vielleicht auch dann auch die ein oder anderen Vertragsverhandlungsvorgespräche oder was auch immer dann auch positiv wirkt. Wäre zumindest meine Hoffnung an der Stelle. Ein anderes Thema, was ich ja auch so ein bisschen jetzt Richtung Sommer wahrscheinlich immer mehr bestätigt, ist die Verpflichtung von Ali Du vom HSV, der übrigens gerade eben in Köln knapp im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal gekickt hat, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja, nicht mitbekommen. Genau, das scheint sich ja auch jetzt für den Sommer bestätigt zu haben. Zumindest hat Jonas Bolt, der glaube ich Vorstand Sport beim HSV ist, wohl im Rahmen eines Interviews vor eben angesprochenem Pokalspiel bestätigt, dass es da Gespräche gibt und dass das jetzt momentan alles sehr nach Sommer aussieht und quasi nur noch die offizielle Bestätigung an der Stelle fehlt. Ali Du ist ja eher so links außen. Wir hatten ja gerade eben schon über den Abgang von Kostic gesprochen. Das könnte ja dann ein entsprechender Nachfolger sein. Oder? Fragezeichen? Boah, da wäre ich vorsichtig. Also Nachfolger für die Position. Ich meine, in dieser T-Smith wirst du niemals jemanden finden, der in der gleichen Art und Weise spielt wie in Kostic. Egal wo. Ich sage mal so, ich hoffe, dass das der eventuelle Backup oder Überraschungsstarter ist für die Position und nicht die 1A-Lösung. Oh ja, danke. Also, wenn man jetzt gesehen hat, wie abhängig man von Kostic ist und man weiß, was der geht, dann sollte man nicht das Risiko eingehen, zu sagen, man holt so einen jungen Kern und lasst es eben diesen Druck auf, Kostic ersetzen zu können. Oder du verteilst es halt auf mehrere Schultern, dass wir eben nicht mehr diese Disbalance Balance im Spiel haben, dass jeder Fernsehübertragung, die wir leider mittlerweile alle schauen müssen, die Statistik sieht, Angriffe über links, weiß ich nicht, über 70 Prozent laufen bei der Eintracht über die Seite, vielleicht kriegst du das in den Griff, aber dann brauchst du trotzdem mehr Alternativen als einen jungen Kerl, wo du nicht weißt, ob es in der Bundesliga reicht und so weiter. Also das würde mir nicht ausreichen. Vielleicht gibt es die Position, Kostic, aber nächstes Jahr auch gar nicht mehr. Die Planung wissen wir auch nicht. Ich meine, so eine Schienenspieler-Position ist ja schon was Spezielles. Und wenn du irgendwie umstellst, kann es halt auch sein, dass, wie soll ich sagen, sich alles verändert. Auch wenn mir das jetzt hier heute ehrlich gesagt ein bisschen zu viel ist. Wir reden hier so viel über Veränderungen, ich bin dazu noch nicht bereit. Nein, aber mit Ali, du bestimmt eine gute Verpflichtung, das Einzige, da sind zwei Punkte. Bas, hier bin ich voll bei dir. Ersatz für Kostic ist schwierig. Er kann aber, glaube ich, auch rechts außen spielen. Vielleicht ist er dann einfach zu der Zeit dort so einzusetzen. Ansonsten mache ich mir eher Sorgen, dass er ein bisschen wenig Spielzeit bekommt. Denn wir sind alle, für uns ist, wenn Kostic fit ist, wenn Kostic Laune hat, muss der spielen. Der kann jedes Spiel entscheiden. Da ist eher die Gefahr auch da, dass jemand wie Ali, Du einfach überhaupt kaum Einsatzzeiten bekommt. Muss man dann gucken, ob er damit zufrieden ist. Er hat ja große, große Ansprüche, in Anführungszeichen. Also er hat ja viel vor, ob das dann so funktioniert. Denn für eine Entwicklung, wir wissen es alle, brauchen die Spieler ordentlich Spielzeit. Und vielleicht kriegt er das dann eher über die Rechtsaußenposition, falls Kostic weiterhin für uns die Schnürsenkel schnürt, die Schuhe schnürt. Der Fall muss ja erstmal eintreten. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, ich glaube, das ist es soweit, was aktuelle Transfergerüchte, Thematiken und so weiter angeht. Das Thema mit Younes hatten wir ja gerade eben schon kurz angesprochen, kam vor einer guten Stunde ein bisschen mehr die offizielle Bestätigung, dass man den Vertrag, den Leihvertrag da jetzt entsprechend aufgelöst hat. Und so wie es ja nach allem aussieht, wird der Spieler dann dauerhaft nach Saudi-Arabien wechseln. Wir hatten ja in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dieses Kapitel muss jetzt endlich offiziell beendet werden. Das ist hiermit passiert und damit haben wir zumindest ein bisschen Gehalt frei gemacht. Hat auch lange genug gedauert, die ganze Posse. Ja, dann gucken wir mal nach vorne. Am vergangenen oder am kommenden Wochenende spielt die Eintracht dann am Freitagabend zu Hause gegen Bielefeld und so wie vorhin mitgeteilt wurde, dürfen tausend Zuschauer ins Stadion. Diese Karten werden, wenn ich das richtig verstanden habe, verlost und zwar irgendwie zwischen Dauerkarten, Besitzern und Sponsoren. Und die spannende Frage ist, was haben wir aus vergangenen Geisterspielen gelernt, Kuhglocken, Mülltonnen oder Metallkoffer, was wird das Mittel der Wahl werden, Patricia? Bratpfannen. Bratpfannen? Ja, ja, ich glaube, das hatte doch Werder Bremen letztens. Hat die Bratpfannen? Keine, keine, ja, ich glaube, sowas mehr. Aber irgendwer hat auch noch auf seinen Medizinkoffer geklopft und irgendwer hatte Kuhglocken und am Wochenende war ja hier Augsburger Blumen Group unterwegs. Gewöhnungsbedürftig, aber wird ja nicht, ist ja, wird ja nicht der Fall sein, es ist ja kein komplettes Geisterspiel, wenn wie viel tausend Leute rein dürfen? So. Da fühlt sich hoffentlich niemand genötigt auf Mülleimern rumzutrommeln, weil das ertrage ich wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Aber ja. Ja. Viel stimmungsvoller wird es wahrscheinlich auch nicht. Als wenn einer auf Mülltonnen klopft, meinst du jetzt? Ja, weniger nervig. Ja. Ja, finde ich tatsächlich auch so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, Basti, Dennis, wie seht ihr das? Mein Gleis ist jetzt nicht komplett leer, aber tausend Zuschauer reißen natürlich weder finanziell noch stimmungstechnisch da auch nur ansatzweise irgendwas raus, oder? Mit dem finanziellen sagt das mal nicht so laut. Also ich glaube diese, ich weiß es nicht, wie es mit den Sponsoring-Sitzen da ist. Für die Logen, ja, vielleicht. Ich glaube da ist schon der, schon, ich weiß nicht genau, wie die Verteilung ist, aber ich denke, das macht schon auch einen Großteil, einen exorbitanten Anteil der Zuschauer Preise einfach aus. Ich denke, so Business Seeds, etc., die dann da besetzt sind, das ist schon gut für die Eintracht-Kasse. Mit den anderen, ich glaube das irgendwie, 500 Karten, wenn ihr dann unter den Dauerkartenbesitzern verlost, irgendwie, ja, keine Ahnung, ist nett, aber, also wie du sagst, stimmungsmäßig kommt da sicherlich nicht so viel auf. Aber hatte, wer war das, Hellmann oder Frankenbach, hat, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mal irgendwann im Laufe der, war das letzte Saison, müsste letzte Saison gewesen sein, ich habe so eine magische Zahl von 15.000 Zuschauern im Kopf, wo, ich glaube es war, Frankenbach gesagt hat, dass du irgendwie mindestens 15.000 Zuschauer brauchst, um überhaupt quasi die Kosten, die so ein Stadionbetrieb am Spieltag mit sich bringt, wenn du das Ding aufmachst, auch nur kompensiert hast. Da helfen dir natürlich 1.000 nicht, das ist meilenweit davon entfernt. Ja, ja, da ist viel, das stimmt garantiert, also bin ich voll dabei, die Frage ist natürlich, 15.000 Normalo-Fans in Anführungszeichen oder muss man das dann wieder getrennt sehen zu diesen Business und Logen und was weiß ich. Dass er das nur auf normale Sitze gerechnet hat, ohne Logensätze und dass das dann entsprechend weniger wäre. Könnte ich mir vorstellen, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein absolut, ich kenne mich auch mit diesen ganzen Reglementierungen nicht aus, ich bin immer verwundert, was da an Ordnern und so weiter trotzdem dastehen muss, obwohl es ein Geisterspiel ist, wo du denkst, meine Güte, da sind ja genauso viele Ordner wie bei einem normalen Bundesligaspiel, wenn 50.000 da sind. Keine Ahnung, was da die Richtlinie, was da die Vorgaben sind. Es ist teuer, es ist definitiv total beschissen auf gut Deutsch, dass wir hier nicht mehr Leute reinbringen können, einerseits der Fan-Faktor, andererseits der finanzielle Faktor. Ich glaube aber trotzdem ist es wichtig für die Eintracht, dass hier, weil viele jetzt wieder sagen, warum werden da die Sponsoren wieder bevorzugt, was ist denn das da wieder Leute, die halten auch das Geschäft hier momentan so ein bisschen am Laufen und das ist glaube ich das, was die Eintracht braucht. Die braucht im Endeffekt Geld, sie braucht im Endeffekt, wir haben vorhin über Lücken schließen gesprochen, dann lasse ich lieber den 500 Sponsoren, Heinis da, den Vortritt und die sollen ordentlich Kohle da reinpumpen und dafür können wir uns vielleicht Hinti auch im nächsten Saison noch leisten. Nein, es ist was, ich glaube, mit 1000 Zuschauern ist bestimmt nicht, dass das ein Luxus ist und du jetzt hier mega Einnahmen hast, ich glaube aber ein mega Verlustgeschäft machst du ja auch nicht, indem du das Spiel sozusagen das Stadion da aufschließt und die Leute da kommen dürfen, weiß ich nicht, also kenne ich mich aber auch mit den krassen Zahlen dann zu wenig aus, könnte mir aber schon vorstellen, dass diese, diese Klientel schon einen Großteil der Ticketpreise dann ausmacht, ja. Aber gut, müssen wir gucken, spielentscheidend wird es nicht sein, gucken wir mal eher aufs Spiel selbst, denn wenn ich mir anschaue, dass Bielefeld dann nur 2-2 am Ende letzten Sonntag gespielt hat, macht natürlich Hoffnung, genau. Also, absolutes Kellerduell, Bielefeld gegen Fürth geht am Ende mit einer Punkteteilung aus, ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber spannend klang es jetzt nicht so wahnsinnig, ist eigentlich ein totaler, also ein absoluter Kandidat, wo man in der aktuellen Verfassung und auch vielleicht mit der Perspektive sagen muss, da müssen auf jeden Fall Punkte her, wobei wir das in der Hinrunde schon gesagt haben und die viel spannendere Frage wird ja dann auch sein, wer steht denn überhaupt spielertechnisch auf beiden Seiten und vor allen Dingen auf Seiten der Eintracht zur Verfügung, weil zumindestens über die Verfügbarkeit von Trapp und Kostic ist ja jetzt noch nichts gesagt worden, morgen ist glaube ich Spieltagskonferenz oder Pressekonferenz hier im Vorfeld, da wird vielleicht ein bisschen mehr Klarheit kommen, aber ansonsten wird das ja auch eher so schwierig, oder wie seht ihr das? Klar, Basti, hast du völlig recht, ja. Das habe ich jetzt nicht genau verstanden, was du meinst. Kannst du mir das nochmal mit den Spielern, was zur Verfügung steht, was ist los, ist da, ja, welches Personal steht zur Verfügung, was kann man da jetzt eigentlich heute schon sagen? Wie Corona meinst du? Ja, oder andere. Du meinst jetzt Trapp und Kostic im Speziellen? Genau. Achso, okay, ja gut, Trapp habe ich gelesen, kann eventuell spielen, das würde ja auch heißen, dass Kostic das gleich ist, ich habe da gar keine Ahnung, hätte ich gesagt, ich hoffe mal, dass die zur Verfügung stehen, dass man sich da freitesten kann, ich habe gar keine Ahnung, wie da die Bestimmungen sind. Ja. Was soll ich dazu sagen? Am Ende jetzt, ich glaube, es war noch nie so schwierig, hier im Eintracht-Podcast an der Stelle eine Aufstellung irgendwie zu bestimmen. Ja. Ja, das stimmt. Der Faktor ist ja an der Stelle nicht nur, können sie sich freitesten lassen, sondern auch, sagen wir mal, im Blick auf Kostic im Speziellen ist ja auch die Frage der Fitness, weil, selbst wenn da jetzt keine große Erkrankung in dem Sinne war, also nicht wirklich viel irgendwie an Krankheit, an Symptomen und er sich freitesten lassen kann, aber am Trainingsbetrieb hat er ja jetzt dann die letzten Tage auch nicht teilgenommen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Fitness technisch sich zu Hause dann da am Laufen hält, aber das ist natürlich dann da auch nochmal ein Faktor bei allen Spielern, die jetzt dann da irgendwo zurückkommen. Oder sehe ich das jetzt zu kritisch, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, die haben mit Sicherheit alle irgendwie ein Fitnessstudio im Keller und sind in der Lage, sich da selbst fit zu halten und für die 90 Minuten wird es schon reichen. Also ich glaube, dass das, das ist ja jetzt nicht unfassbar lange gewesen, also, weißt du, was ich meine? Ja, es sind immerhin vier, fünf Tage quasi. Ja, ich glaube, von den Abläufen her und sowas, das haben sie ja alles drin, also, das ist jetzt glaube ich nicht, dass die da jetzt komplett rausgerissen sind, Torwart ist nochmal eine gesonderte Sache, aber auch Kostic, ich meine, der weiß ja, was er zu tun hat. Das Einzige, wo ich mir halt Gedanken mache, ist, ich weiß halt nicht, waren die jetzt komplett ohne Symptome oder hatten die jetzt leichte Symptome, weil ich weiß ja nicht, selbst wenn sie leichte Symptome hatten, war es ja wahrscheinlich nicht so, dass die zu Hause da drauf trainiert haben, ist ja jetzt nicht besonders empfehlenswert. dann weiß ich halt nicht, inwiefern das klappt, schon die komplette linke Seite zu beackern, ob das auch ratsam ist, ich bin halt kein Arzt, das muss dann wahrscheinlich der Mannschaftsarzt oder wer auch immer dort gerade zuständig ist, entscheiden, aber ich glaube, das ist, wenn dann eher das Problem als der generelle Fitnesszustand oder ja, keine Ahnung, dass sie halt eben mal jetzt vier Tage nicht mittrainiert haben, ich glaube, ja, das ist das kleinere Problem, ich glaube, das größere Problem ist wirklich eher, wie fit sind die jetzt und wie, ja, wie war der Verlauf, man hört ja nichts, also es war jetzt wahrscheinlich nicht besonders schwer, aber hatten die überhaupt Symptome oder nur leichte, das ist ja auch schon ein Unterschied, keine Ahnung. das ist richtig. Ich muss aber sagen, man schätzt die Spieler ja eigentlich so ein, dass gerade ein Kostic, wenn der grünes Licht bekommt, dann gibt der Vollgas und es ist eher von der Leistungssteuerung her, muss man gucken, ihr habt es gesagt, die Abläufe sind gleich, da ist eigentlich jetzt nicht, wenn die mal auch vier, fünf Tage jetzt nicht im Training da Vollgas geben konnten oder wirklich mal aussetzen mussten, dass da jetzt gar nichts geht, das kann natürlich dazu führen, dass wir irgendwann mal auswachsen müssen, dass er nicht bis zum Ende, dass der wieder ein bisschen nicht an den typischen 100 Prozent ist, ich glaube, aber da müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn die sowohl ein Kostic als auch, ich weiß gar nicht, wer war der noch, außer Trabb war nicht noch jemand, aber egal, also da Kosta, gut, da gehen wir mal von aus, dass der nicht spielt, aber also Kostic denke ich, wird auf jeden Fall, wenn er frei getestet ist und wenn er spielen darf, auch eine gute Performance uns zeigen und ich hoffe tatsächlich, ihr habt vorhin gesagt gehabt, in den Spielen ist es vielleicht nicht ganz so notwendig oder lieber jetzt ausfallen bei Bielefeld und Augsburg, weiß ich nicht, ich würde ihn schon gerne spielen sehen, weil er schon so ein, ich will jetzt auch den Dreier unbedingt gegen Bielefeld haben und nicht am Ende wieder sagen, meine Güte, die Ausbeute der ersten drei Spiele der Rückrunde war wieder mal, lässt mal wieder zu wünschen übrig, da muss eigentlich, damit wir einfach auch den Anschluss nach oben hin nicht verpassen, ihr habt es gesagt, das ist so super eng, mit einem Dreier kannst du hier wirklich wieder einen guten Schritt machen und die sind eigentlich eingeplant gegen Bielefeld und da, ich hoffe einfach klar, der Rest des Personals muss das auch locker über die Bühne bringen können, am Ende kann aber kostet schon nochmal so ein Faktor sein und den würde ich mir ungern nehmen lassen und das war ja glaube ich letzte Woche Freitag oder Donnerstag, wo diese ganze Schose ja hier veröffentlicht wurde, dass die infiziert sind, irgendwo hatte ich gelesen, sieben Tage, dann kannst du dich wohl freitesten, also vielleicht am Freitagmorgen mal gucken, oder? Donnerstag war nach dem, was ich gelesen habe, eben diese erste grenzwertige Test, woraufhin sie sich ja dann quasi in Quarantäne, Isolation, whatever, begeben haben und nochmal einen Nachtest gemacht haben, weil es eben so grenzwertig war und dann gab es Freitagmorgen die Bestätigung, nee, auch im positiven Bereich und damit fallen sie dann beide aus. aber es scheint halt auch aufgrund dessen grenzwertig gewesen zu sein, also es kann auch durchaus sein, dass das für beide eher so symptomlos gelaufen ist. Hoffen wir einfach mal, dass sie am Freitagmorgen zumindest wieder als Option zur Verfügung stehen, vielleicht denkt sich ja auch Klaas nur noch was Schönes aus, aber wir sind uns glaube ich alle einig, dass ein Chandler zwar solide die ganze Geschichte macht, aber niemals auch nur ansatzweise einen Kostetger setzen kann. Ja, aber auf der anderen Seite ist der nächste Gegner halt auch Bielefeld, du hast danach dann wieder diese Länderspielpause, also dann halt auch zwei Wochen, wo du vielleicht dann auch wieder ein bisschen Erholung einplanen kannst, also man könnte natürlich dann jetzt auch wieder die Variante fahren und sagen, wir gehen jetzt kein Risiko ein, weil eben die Spieler wichtig sind, auch für die Spiele, die danach kommen, denn du hast es gerade eben ja gesagt, auch das vorhandene Personal sollte mehr als deutlich in der Lage sein, Punkte gegen Bielefeld jetzt in der aktuellen Situation zu holen, du könntest natürlich auch die Variante spielen. Wie seht das denn, wie sind das denn, Patrizia, Basti, wie seht ihr das? Ich bin überfordert, ehrlich gesagt. Also das sind mir so viele Varianten und Tests und Tage und haben die dann da trainiert und hat der und am Ende fällt jetzt, weiß ich nicht, was haben wir so wenig wissen. Wir haben heute Dienstag am Ende, weil weiß was morgen für eine Meldung kommt, also ich meine, das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sich vielleicht niemand anders dann noch irgendwann positiv testet oder. Ja, aber das wissen wir sowieso nicht, also es kann auch wieder die gleiche Nummer sein wie letzte Woche, Freitag fallen dir kurz vorm Spiel drei Leute weg. Und das ist halt im Endeffekt, am Ende würde ich gerne mit voller Kapelle gegen Bielefeld dieses Spiel nochmal bestreiten, weil dann ist ja erstmal Ruhe. Also du hast dann ja erstmal Pause. Ja. Und ich glaube, dass man die Wichtigkeit dieses Bielefeld-Spiels nicht unterschätzen darf bei allem Heckmeck, der drumrum ist. Deswegen, ich würde jeden ernstzunehmenden Startelf-Kandidaten irgendwie aufstellen, sobald er spielen kann, muss ich sagen. Ja. Ich auch gerne. Also, ja, ich hoffe halt, dass es einfach funktioniert, dass die auch fit sind. Ich meine, so ein Linz-Dröm ist ja auch relativ schnell wieder da gewesen. Ich weiß gar nicht, hatte der letztendlich Corona oder war das auch nur ein komischer Test? Ich glaube, ein falscher Test, also so ein auffälliger Test. Ja, genau, weil der war ja auch auf einmal plötzlich überraschenderweise wieder da. Deswegen weiß man ja nie, was passieren kann. Aber ja, sollten die jetzt wirklich was gehabt haben. Ich habe halt so, es gab ja jetzt auch dieses Ding mit Davis, dass der eine Herzmuskelentzündung nach seiner Infektion hatte. Da hätte ich jetzt auch wenig Bock drauf. Also ich weiß halt nicht, was ist, wenn dann einer irgendwie zu früh startet und dann fällt er uns vier Monate aus oder so. Wäre jetzt auch nicht so geil, aber das ist halt alles, das sind nur so Gedanken, die ich dann habe, aber ich kann es nicht bewerten. Also ich habe ja keine Ahnung. Ich bin weder Virologe, noch bin ich ein Arzt, noch kann ich irgendwie einen Fitnesszustand irgendeines Spielers einschätzen. Ich kann ja nicht mal meinen eigenen Fitnesszustand einschätzen. Wie soll ich das von irgendjemand anderem? Ja, das ist halt wirklich so. Also deswegen kann ich da, das sind halt nur so Gedanken, die ich dann habe, aber ich kann es nicht festmachen und wenn ein Arzt, also ich vertraue dann da den Leuten, die auf dem Gebiet sich auskennen und wenn die sagen, hey, pass auf, die sind freigetestet und denen ging es gut und die hatten nichts oder wenig. Ist ähnlich wie bei einer normalen Erkältung gewesen. Die können wieder dann sehr, sehr gerne, weil das Spiel, wie gesagt, ist halt wichtig, vor allem jetzt, weil man es gegen Augsburg ja auch verpasst hat, irgendwie. Die drei Punkte mitzunehmen. Da drei Punkte mitzunehmen. Ist halt wieder die Situation wie da hinrunde, dass es so ein bisschen drückt wieder und man sagt, hey, pass auf, wenn man oben dranbleiben will und da irgendwie jetzt nicht den Flow verlieren möchte, dann wäre das schon gut, wenn man gegen Bielefeld bei allem Respekt, das ist halt immer noch ein, ja, Tabellenkeller Mannschaft aktuell. Es ist eine ähnliche Situation einfach wie gegen Augsburg, wo du sagst, okay, gerne mit voller Kapelle, aber selbst wenn das nicht stattfinden sollte, sollte man trotzdem mit dem auf dem Papier stärkeren Kader es schaffen, dort mal drei Punkte mitzunehmen und das muss das Ziel sein. Und es ist halt scheiße, dass da wieder dieser Druck jetzt dahinter steht, weil sollte man es da auch wieder nicht schaffen, dann drängt halt das nächste Spiel wieder und so weiter und so fort. Deswegen, ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es so oder so, egal ob die beiden jetzt dabei sind oder nicht, gegen Bielefeld klappen muss. Ja, ja, auf jeden Fall und du sprichst es gut an, du hast ja dann wirklich eigentlich im Februar, außer das Bayern-Spiel, was man ja immer so ein bisschen ausklammern muss, wieder mit Stuttgart, Wolfsburg und Köln alles nicht unschlagbare Gegner, muss man ja wirklich sagen. Es ist so, du kannst jetzt hier viel richtig machen, klar, du hast dann diese Woche nochmal zwischendrin an Pause, deshalb ich bin auch unbedingt dafür und ich hoffe, dass wir das Ding sicher nach Hause schaukeln, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen in das gesamte Geschäft, vielleicht auch, um nochmal, ja, wir sind nochmal näher herangerückt an die Plätze oben, vielleicht der ein oder andere transfert sich dann auch, das ist mein Wunsch, wahrscheinlich völlig unrealistisch, aber ihr seht es ja dann, da haben wir im Endeffekt, Transferperiode geht bis 31. glaube ich, ne? Ja. Das heißt, 17.30 Uhr am 31. Redline Day für Fußball. Aha, sehr gut. Da werde ich so lange umschreien, bis es noch ein Stürmer kommt. Das freue ich mich heute schon drauf, muss ich sagen. Ja, guck mal einfach mal, du hast dann erst wieder am 5. 2. Spiel gegen Stuttgart, um da schon mit noch Verstärkung ranzurücken, das wäre schon ganz nett und nochmal oben richtig anzugreifen, aber gut, schauen wir mal. Jetzt einfach erstmal Bielefeld gut abarbeiten, zeigen, was wir können, denn man muss ja sagen, wir haben ja sowohl gegen Dortmund wirklich über lange und viele Spielzeiten gesehen, da ist Potenzial da, die können das, die haben auf jeden Fall das Potenzial hier richtig gut was zu zeigen, Augsburg genauso, die Chancen waren da, es muss dann einfach ein bisschen Spielglück her und gegen Bielefeld wünsche ich mir das und dann auch gerne mit vollem Personal und dann müssen wir uns da auch glaube ich erstmal zumindest keine Sorgen machen. Sollen wir trotzdem versuchen, mal eine Aufstellung hinzusetzen? Ich habe bei Basti gerade eben eine gewisse Abneigung da rausgehört. Also ich bin da komplett, ich höre euch gerne zu, aber ich habe keine Vorstellung mehr. Wir können das ja gerne machen, es ist ja relativ schnell auch gemacht, denn dann leg ich los. Ja, ich muss wirklich, ich weiß gar nicht, Drab und Kostic sind für mich jetzt wieder freigetestet, da ist alles in Ordnung, können spielen. Dr. Duke hat festgelegt, spielbereit. Genau, keine Symptome, keine nachhaltigen Einschränkungen und ja, also ich würde gerne natürlich mit Drab einfach, weil es nochmal ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen. Ramay hat das sehr gut gemacht, aber bitte, wenn Drab irgendwie zurückkommen kann, ist das für mich einfach nochmal eine Sicherheitsnote da hinten drin, gerade nach den Spielen, die er vorher gemacht hat. War schon ordentlich. Also für mich Drab im Tor und auch ich würde aus den Gründen, die wir vorhin schon gesagt haben, Hinti mal wieder in die Startelf stellen, um ihm einfach auch zu zeigen, wie wichtig er ist. Also Endika, Hinti und Tutta als Dreierkette davor. Patricia, geht ihr mit? Können wir gern so machen. Also ich habe jetzt keine Widersprüche. Okay. Basti hat gesagt, er ist raus, damit muss er sich hier auch zwangsläufig enthalten. Ja, ich höre euch gespannt zu. Gut, dann gehen wir mal von Kostic auf links aus, in der Mitte. Ja, so Rode, das ist gut so. So Rode oder so Jarkic? Also für mich hat Rode das sehr, sehr, sehr gut gemacht und kein Grund jetzt, wenn die Knochen mitspielen, da Jarkic direkt wieder reinzuschieben. Warum Jarkic momentan nicht von Anfang an? Ist das noch Nachwirkung oder hat das andere Gründe? Du, also ich muss sagen, er hat mir jetzt nicht so überragend, war okay, was er nach seiner Einwechslung gezeigt hat. Das ist jetzt so ein Moment, Moment-Ding. Rode wird sicherlich auch wieder Spiele haben, wo er, ja, ich sage mal, nicht über 70 oder 80 Minuten spielen kann. Wenn der Körper momentan will und kann, ist das für mich ein gesetzter Spieler. Und dementsprechend, das hat jetzt nichts gegen Jarkic zu tun, dass der, wenn wir Rode nicht haben oder Rode nicht, dass der Jarkic kriegt seine Spielzeit auf jeden Fall in der Saison oder in der Runde auch noch. Und deshalb würde ich jetzt einfach sagen, lassen wir Rode jetzt mal ein bisschen spielen. Jarkic kann dann auch wieder spielen. Das ist vielleicht ein Widerspruch, weil man immer sagt, ja, bau doch lieber Jarkic auf, wenn Rode doch dann eh ein bisschen ausfällt. Muss aber sagen, Rode hat mir schon gut gefallen auch, was er so die letzten Spiele wieder gezeigt hat. Also deshalb gerne Rode und so. Aber gerne, also wenn ihr mit Jarkic lieber spielen wollt von Anfang an, dann ist das für mich auch in Ordnung. Ich fand halt, Jarkic hat als Einwechselspieler nicht so gut funktioniert. Ich fand ihn halt wesentlich besser, wenn er von Anfang an gespielt hat. Rode ist eigentlich ein guter Einwechselspieler. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Jarkic da halt auch einfach von Anfang an in diesem Rhythmus dann drin sein muss, dass das für ihn dann besser funktioniert. Wobei das natürlich jetzt auch schwierig, so 100 Prozent zu beurteilen ist, weil wir eben ja jetzt nur diese beiden Varianten hatte, wo er dann nach seiner Infektion da eingewechselt wurde. Das kann man vielleicht jetzt auch nicht so komplett irgendwie da an der Stelle vergleichen. Ja, aber hast du eigentlich recht, Rode ist eigentlich ein sehr guter Einwechselspieler und da kann man auf jeden Fall noch ein gutes Mittel, dann können wir es auch gerne andersrum machen. Patricia, dein Votum? Ja, schwierig. Also ich habe ja immer gesagt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht so oft in die Situation kommen, wo man sich zwischen Rode und Jarkic entscheiden muss, einfach aufgrund Rodes körperlichen Zustands. Aber aktuell scheint es ja zu funktionieren mit dem Knie. Mir hat halt die So-Jarkic-Doppel-Sech sehr, sehr gut gefallen. Würde aber, glaube ich, gerade, wenn Rode gerade auch fit ist und spielen kann, ihn vielleicht spielen lassen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich bin mit beidem fein. Würde jetzt, glaube ich, einfach Rode den Zuschlag geben, weil er seltener fit sein wird als Jarkic in der Zukunft wahrscheinlich. Und ja, da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr der Spieler. Ich finde, Jarkic hat auch so eine krasse Ausstrahlung auf dem Feld, aber ich glaube, Rode ist eher der Typ, der dann noch mal spricht mit der Mannschaft und irgendwie noch mal anheizt oder sowas. Einfach so aufgrund des Standings, was er da halt auch schon hat. Deswegen von mir aus Rode so, aber wenn ihr jetzt beide auch auf Jarkic geht, dann gerne auch Jarkic so. Also das ist für mich beides vollkommen in Ordnung. Ich finde, da haben wir so ein, ja, kann schon fast sagen, Luxusproblem aktuell. Also wir halten fest, Patricia ist erneut die Schweiz, was dieses Thema angeht. Ich kann mich nicht entscheiden, generell nicht, aber ja, haben wir schon festgestellt, dass das der Fall ist und zieht sich hier dann auch wieder durch. Also der nominelle Kapitän, dann machen wir es doch hier einfach. Wir wissen, sehen nicht, was kommt und hoffentlich steht wenigstens einer am Wochenende zur Verfügung und wir machen einfach Jarkic, Rode mit einem schönen Schrägstrich und so ist schön, aber das so gesetzt ist. Gerade auch, was mir noch mal gut gefallen hat bei So ist dieser Schwung nach vorne. Ich weiß gar nicht, dieser Volleypass beim letzten Spiel hier gegen Augsburg auf Lindström, war es, glaube ich, diese knappe Chance, die Lindström dann knapp an den Pfosten, glaube ich. Das war die, wo er die knapp an den Pfosten gesetzt hat, ja. Also das war schon überragend. Wow, wow. Da merkst du einfach, was eine Qualität so generell hat einen riesen Entwicklungsschritt in der Saison gemacht. Also finde ich auch schön, dass er für uns auch völlig gesetzt ist, dass das nicht hier auch in so einem Spiel natürlich gegen hier gegen Bielefeld wäre es auch total verrückt, so eine Zerstörer-Sechs-Gruppierung Rode-Jagd-Schehen zu setzen. Nee, also das ist auf keinen Fall. Ich glaube, du brauchst schon So dann da an der Stelle einfach für den Spielaufbau, wobei er sich ja gegen Augsburg auch teilweise ein bisschen defensiver orientiert hat und Rode sich an der Stelle halt mehr nach vorne bewegt hat. Aber ist ja auch schön, dass das dann auch gut funktioniert. Da sind wir uns, glaube ich, alle noch einig. Auf der rechten Seite könnte es jetzt schon eher wieder schwierig werden, denn wir haben zwar viel Auswahl, aber so wirklich gut hat das ja alles nicht funktioniert. Also was ist eure Tendenz bei der rechten Seite wieder? Also ich würde wahrscheinlich mit Chandler gehen, weil der bisher am ja am besten dort funktioniert hat. Touré ist ja immer noch derjenige, wo ich immer irgendwelches Potenzial herbeirede und denke, dass es vielleicht gehen könnte und so weiter und so fort. Aber er kann es, Fakt ist, er ruft es aktuell nicht ab. Und das schadet halt mehr, als dass es hilft. Also wenn er halt irgendwie nicht ganz auf den Platz kommt, so im Kopf habe ich das Gefühl, dann hilft es halt leider nicht. Und Chandler ist wenigstens immer da und versucht sein Bestes. So natürlich ist es nicht, nicht das Pendant zu Kostic, was man sich wünscht. Aber ich finde trotzdem, dass es einigermaßen solide war jetzt die letzten Partien. Deswegen würde ich, glaube ich, auf Chandler setzen, weil das für mich so die sicherste Lösung aktuell ist. Gehe ich mit. Die Frage ist, warum ist Durm eigentlich so komplett raus? Wisst ihr, habt ihr da was mitbekommen bei Klaasner? Der hatte doch Corona, oder? Der hatte auf jeden Fall Corona. Der war auf jeden Fall 14 Tage. Der war aber gegen Augsburg auf jeden Fall auch schon im Kader gewesen. Der war Augsburg auf der Bank, aber der war vorher die 14 Tage in Quarantäne. Also komplette Dauer. Okay. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es für den an der Situation jetzt einfach noch ein Ticken zu früh war. Aber vorher war er, glaube ich, auch schon nicht mehr so die bevorzugte Personalie. Nee, es hatte sich vorher schon ein bisschen in der Tat ausgelaufen und da hast du dann mehr Chandler an der Stelle gesehen. Dann lassen wir Chandler auf jeden Fall auf der Seite auch, hat es ja auch solide gemacht eigentlich. Und gegen Bielefeld muss das so oder so reichen. Also drücken wir jetzt mal den Daumen. Davor stellt sich es eigentlich von alleine auf. Wollte gerade fragen, wollt ihr an der an dieser Dreier-Variante da vorne auch nur im Ansatz irgendwas ändern? Nee. Nein. Ich in der Tat auch nicht. Wobei ich es nach... Basti, du hast das geschafft. Ja, ich konnte euch tatsächlich dabei zuhören, wie es genauso schwierig ist für euch. Also entscheidend. Aber wir haben es immerhin durchgezogen. Das ist wie, wenn du Brokkoli essen musst. Bin ich mir nicht sicher. Ja, Brokkoli ist doch geil. Brokkoli ist richtig geil. Ja, Mann. Du bist dir nicht sicher bei? Ob ihr das... Ihr seid im Endeffekt im Kopf auch nicht weit, halte ich. Ja, der konnte ja spielen. Ja, klar, der konnte ja auch spielen. Ach nee, Leute. Klar, jeder kann... Es werden elf Spieler auf dem Platz sein. Aber ich finde, an eurer Diskussion konnte man auch durch die Länge der Diskussion gut ablesen, dass es eben echt so schwer ist, wie noch nie hier die Aufstellung zu machen. Überlegt euch, wie wir normalerweise hier immer durchgerauscht sind. Ja. Ja, Trapp ist klar. Ja, ja, klar. Links, ja, ja, klar. Alles klar. Und dann hatten wir maximal... Hatten wir Diskussionen bei der Zusammenstellung der Offensive. Das war das Einzige, was ich in den letzten Monaten immer im Kopf hatte. Ja, jetzt geht es hier los. Ja, Rote, ja. Oder die Akkic ist auch gut. Kann das so spielen. Wir sind ja nicht, ob der Reiter ist. Und der Zendler ist so der... Also, es ist halt wirklich aktuell ziemlich schwer. Ja. Ich gehe aber mit außer... Also, ich muss sagen, ich habe ja gesagt, ich mache nicht mit, aber ich muss sagen, als ihr über Jakic geredet habt, war ich kurz davor, einzuwerfen. Ich habe drauf gewartet. Ich habe auch drauf gewartet. Wir haben schon so schwer. Wir können dir den nicht spielen lassen. Also, eine bessere Doppelsex als Zon Jakic habe ich lange nicht gesehen, dass da Diskussionen entstanden sind. Aber naja, ich bin großer, stiller Demokrat gewesen in dem Moment. Was mich nach wie vor so ein bisschen auch fasziniert, ist, dass Boree immer noch Luft hat. Also, der spielt ja quasi, seitdem er zu uns gekommen ist, spielt er ja permanent durch und hatte ja auch vorher eigentlich null Sommerpause. Ja, und sitzt ständig auch 17 Stunden in irgendwelchen Flugzeugen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ja diese Länderspielpause. Ich habe gerade eben noch mal nachgelesen. Das ist nämlich ein Entgegenkommen, weil im letzten Jahr ja in den Sommermonaten in Europa gespielt werden durfte, während in Nord-Süd-Amerika nicht gespielt wurde, wird es quasi jetzt umgedreht. Es finden keine Länderspiele in Europa statt, dafür aber eben in besagten Regionen. Und unter anderem spielt am 27. Kolumbien gegen Peru. Also, Boree wird wieder im Flieger sitzen und dadurch die Weltgeschichte juckelt. Und es ist schon faszinierend, dass der Kerl halt überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise sich aufrecht bewegen kann. Jetzt jinx es bitte nicht. Ohne Witz. Nächste Baustelle, René, danke. Weil das ist dann wirklich ein Problem, weil... Wir haben doch noch Lammers. Das habe ich immer gesagt, dass wenn Boree ausfällt, deswegen ist ja diese Stürmerdiskussion so das Ding. Ich habe ja gesagt, ich hätte keine Bauchschmerzen, wenn niemand ausfällt und man so die Rückrunde bestreitet. Okay, wird schon klappen. Aber sobald dann irgendwie vor allem ein Boree rausfällt, ändert sich halt das ganze Spiel. Also ich glaube, es funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Kamada, Lindström, Boree, die verstehen sich auch insgesamt sehr gut. Dann noch in Kombi mit Kostic, der da auch immer noch mal mitmischt. Aber wenn da ein Boree wegfällt, ist es schon komplett... Also es ist viel statischer vorne. Wenn du da bedenkst, dann ist da ein Lammers drin oder ein Pacencia. Das ist halt komplett anders. Und ich weiß nicht, ob das dann... Ich will auch nicht drüber nachdenken, weil Boree ist ja fit und bleibt fit. Also ja, ich will es nicht jinxen. Ich habe dazu nichts gesagt. Meine Gesprächsanteile haben in keinster Weise stattgefunden an dieser Stelle. Nur um das noch mal festzuhalten. Gut. Ich sage auch nicht, dass Japan in der Zeit aufspielt. Gut. Damit haben wir eine Aufstellung. Was uns jetzt an dieser Stelle noch fehlt, sind Ergebnistipps. Marvin ist nicht da. Der stand normalerweise als erstes in der Liste, darf daher nicht mitmachen und nächster Kandidat wäre demnach Basti. Ich sage, die Eintracht gewinnt knapp 2-1. Wieder vielleicht Last-Minute-mäßig und dann können wir erst mal ein bisschen durchatmen. Okay. Dennis. Für mich ist eine klare Nummer 3-0 für die Eintracht. 3-0. 3 zu 0, ja. Okay. Ja, wir haben die Chancenauswertung gegen Augsburg gesehen. Keine Ahnung, wo diese drei Tore herkommen sollen, aber okay. Patricia. Ich will kein Ergebnis kopieren. Ich hätte Basti's Ergebnis gehabt. Deswegen sage ich 3-1 und ich sage dir, wo die Tore herkommen. Ja, bitte. Lindström kann wieder treffen. Der hat jetzt gegen Dortmund und gegen Augsburg so ein bisschen Hänger gehabt, aber er trifft jetzt wieder. und Boree ist auch noch da, deswegen, die können sich auf jeden Fall die Tore unter sich aufteilen. Meinetwegen kann Kamada eins machen, dann macht jeder eins. Wir haben drei offensive Spieler, die alle drei Tore machen können. Deswegen wird das schon irgendwie klappen, also 3-1. Ja. Du hast das Kostetsch doch vergessen, Patricia. Kostetsch spielt doch und schießt mal wieder den Tor. Kostetsch ist ja wieder zurück. Dann sowieso 3-1. Dann sowieso 3-1. Ein schöner Sendungstitel. Was? Dann sowieso 3-1? Ja. Ich würde gerne einfach mal zu Null spielen. Ich glaube, das wäre auch für so Motivation und so notwendig oder mal hilfreich. Ich glaube aber nicht, dass wir mehr als zwei Tore schießen. Deswegen würde ich sagen, 2-0 Tore von Lindström und So. Zweimal Vorlage Boree, weil ich brauche die Punkte für Kick-Base. Darauf müssen wir ja große Rücksicht. Da müssen wir bitte große Rücksicht drauf nehmen. Genau. Ja. Ich habe mich schon geärgert, dass Indica in den letzten beiden Spielen Tore vergeben hat. Das hätte mir auch nochmal wichtige Punkte gebracht. Ja. Aber damit hätten wir zumindest die drei Punkte gegen Bielefeld. und vielleicht struggelt der ein oder andere der Konkurrenten am Wochenende und die Eintracht kann wieder ein Plätzchen gut machen nach oben und den Abstand nach unten ein bisschen vergrößern. Wäre doch mal was an dieser Stelle. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt für die heutige Folge, nämlich die Empfehlungen, die wir da haben. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Wir haben nämlich eine, mal mindestens eine Empfehlung hier reingereicht bekommen von der Eintracht Emma auf Twitter. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und in der Zwischenzeit können meine Mitstreiterinnen hier sich noch Gedanken machen, ob ihr vielleicht auch noch Empfehlungen habt für heute. Und zwar hat sie mich darauf Aufmerksamkeit gemacht, dass am 27. Januar in diesem linearen Fernsehen, der eine oder andere kennt das noch und ich hoffe, dass es danach auch in der Mediathek kommt, auf, im hessischen Rundfunk zu sehen ist Sony, ein deutsches Leben, eine 30-minütige Dokumentation über Helmut Sonneberg, den meisten eben mehr bekannt unter dem Namen Sony. Ein Eintracht-Fan, der ja hier im Holocaust aufgewachsen ist und da viele unschöne Dinge durchlebt hat. Und das finde ich ein sehr gutes Stück Fernsehen und von daher bin ich sehr dankbar für diesen Hinweis. Also wer die Möglichkeit hat, den Fernseher einzuschalten am 27. Januar 23 Uhr bis 23.30 Uhr im HR und ich hoffe sehr, dass es danach auch in die Mediathek kommt und dann würde ich den Link hier auch nochmal reinwerfen danach. Und vielen Dank an die Eintracht Emma für diesen Hinweis für unsere Empfehlungssektion. Und jetzt die Frage an euch, habt ihr auch noch Dinge, die ihr empfehlen möchtet? Leider nicht. Keine Bücher, keine Podcasts, keine Alben, Live-Shows, sonstige Dinge bei dir, Basti. Ja gut, Live-Shows, das fällt eh alles aus. Das Buch, was ich aktuell lese, ich muss kurz gucken, wie es heißt. Es heißt, warte mal, wie heißt denn das? Auf jeden Fall hat mir das bei Verurteilt jemand empfohlen. Das ist quasi die Geschichte. Erinnert ihr euch an den fliehenden Holländer, der acht Jahre hier in Frankfurt gewohnt hat unter falschem Namen? Ja. Gibt es eine Verurteiltsfolge zu. Dazu gibt es ein Buch. Outside In heißt es. Das glaube ich. Ja. Den Titel habe ich glaube ich schon mal gehört. Es ist auf jeden Fall, es ist ein älteres Buch, es ist halt die Story von dem Typ und wie er da reingeraten ist und so weiter. Es ist sehr schwere Kost, sage ich mal. Es ist ein sehr anstrengendes Leben, was er führt. Und wenn man sich da irgendwie reinliest, ist es für einen mit anstrengend. Aber ich kann das Buch empfehlen. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen, weil es halt schon, ich sag mal so, eine Biografie ist, die man nicht so kennt von Leuten, die man sonst so in seinem Umfeld hat. Ist das das Buch von Thomas Wolf? Dann habe ich nämlich den Link hier. Genau. Dann schmeiße ich das da rein. Genau. Der vollständige Titel Outside In Die Autobiografie des bekanntesten Bankräubers aus Deutschland gibt es hier. Okay, hänge ich einen Link in die Show. Und es klingt auf jeden Fall gut. Es trifft sich nämlich ganz gut. Ich bin nämlich mit meinem aktuellen Buch fast durch und suche Nachschub. Sehr schön. Der Rest von euch, was habt ihr noch? Dennis, Patricia, habt ihr was? Empfehlung, wer Spaß an, ich nenne es mal, Lego-Bauen hat, der kann sich mal, ja, es gibt ja mittlerweile diese, was ist das, Lego-Architektur-Geschichten, unter anderem Weißes Haus. Ich weiß, dass es das von Kevin allein zu Hause, glaube ich, das Haus und so weiter gibt. Eine nette Sache, also, wer auch mal wieder als etwas älteres Semester Lust am Basteln und Bauen hat, kann man nur empfehlen. Ich habe jetzt zu Weihnachten das Weiße Haus geschenkt bekommen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu bauen, aber weil es hier gerade neben mir im Regal steht, habe ich gedacht, das empfehle ich heute mal. Du willst damit den Druck auf dich selbst erhöhen, es aufzubauen. Ja, ich muss mich unbedingt mal zwingen, mir Zeit zu nehmen, weil es sind gerade mal, was sind das denn, so knapp 1483 Teile, also wirklich überschaubar, aber man braucht ein bisschen Zeit. Ja, das ist korrekt, aber ich finde das immer wieder, also mich entspannt es durchaus dann da einfach, das zu machen und dann vielleicht nicht großartig nachzudenken, sondern einfach nur diese Steinchen da zusammenzubachen. Ich finde die auch richtig cool, das sind wirklich schöne Designs und ja, wie gesagt, also denke, das passt schon. Ja, ich glaube, Basti, das ist nicht so dein Thema, ne? Ich habe doch Seinfeld-Lego aufgebaut in der letzten Zeit. Ich bin da, Du bist jetzt voll drin im Game. Ne, das Game ist jetzt für mich beendet, das ist so ein einmaliger Ausflug gewesen. Einmal überstanden, ja, bin der, dann das. Aber es steht jetzt hier und da bin ich auch zufrieden mit. Das ist doch, das ist doch schön. Also Dennis, du wirst dich freuen, wenn du es hinter dich gebracht hast. Oh je, der Karton ist noch zu, das heißt, lieber zurückgeben, ja? Ja, Ansichtssache, Ansichtssache. Patricia, hast du noch was? Ne, neben mir auf dem Tisch steht nur eine leere Pfandflasche. Demnach habe ich jetzt keine spontane Inspiration wie Dennis in seinem Regal. Okay. Deswegen kann ich nichts empfehlen. Auch keine Hinweise auf irgendwelche komischen Fantasorten oder sonstige Dinge? Ne, diesmal nicht. Ja. Wir haben übrigens nach der letzten Sendung noch viele Hinweise bekommen von Leuten, die auch gesagt haben, sie sind Team Fantakorn. Also ich freue mich, dass ich da nicht alleine bin an dieser Stelle. Oh, wir wurden auch böse abgestraft, dass wir, also wohl, Problem war wohl, wir haben wohl immer mal gesagt, seid ihr, also irgendwas mit Cola aufgezählt und das wäre dann das eine und das andere wäre Pepsi und haben nicht eben, natürlich gibt es Coca-Cola, Pepsi-Cola, ne, also das war so ein bisschen, haben sich manche Leute, dass wir mit Coke und Coke und das ist Pepsi. Also es sagt ja auch keiner Papiertaschentuch, sondern da sagt ja auch jeder Tempo. Ja, ja, also, also das ist halt. Nein, da wurde ich tatsächlich persönlich angeschrieben, also ich weiß gar nicht, ich weiß, kann mich gar nicht erinnern, dass ich das gesagt habe. Aha, aha, ich habe noch gedacht, okay, na gut, meinetwegen, also dementsprechend habe ich mich genötigt gefühlt heute nochmal hier, ja, es ist sicherlich richtig. Ja, danke für den Hinweis. Fritz-Cola ist auch Cola, aber ist halt Fritz-Cola und nicht Cola. Und Pepsi ist Pepsi und Coca-Cola ist Cola und der Rest findet nicht statt. Genau. Habe ich jetzt so definiert. Und Pepsi kannst du nicht, Punkt. Bleibe ich auch dabei. Schön. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche in dieser doch recht komplizierten, schwierig vorherzusehenden und zu bewertenden Zeit geschafft und haben uns hier ausführlich mit Fußball und der Eintracht beschäftigt. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen oder der einen oder anderen da draußen so ein bisschen an unseren Gedanken teilhaben lassen, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen verwirrend war und Diskussionen wie Basti ja zu Recht festgestellt hat, etwas länger waren aufgrund der Thematik. Aber so ist es, glaube ich, in der aktuellen Zeit. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche. Denkt dran, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr auch Links zu Empfehlungen, sofern möglich und könnt das ein oder andere nochmal nachlesen. Wir melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und sprechen hoffentlich über drei Punkte für uns gegen Bielefeld und ein paar schöne Tore. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß. Macht's gut! Ciao! Ciao! Hey, hey, es kann man gut, hey, 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 es kann man gut. Hey, hey, es kann auch mal von Hey, 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 es kann auch mal von Hey, 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 es kann auch mal von